Ich begrüße euch herzlich zur Buchvorstellung eines Buches, was frisch aus dem Druck ist. Ich müsste jetzt hier genau hinter mir steht. Der Titel ist Neue Klassenpolitik, Solidarität der vielen statt Herrschaft der wenigen. Ein Titel, über den wir gleich noch sprechen werden, der sich viel vornimmt. Autor des ganzen Projekts ist Bernd Rixinger, Parteivorsitzender der Partei Die Linke. Und was natürlich im Späteren, denke ich, auch spannend und interessant wird, Bernd ist lange Gewerkschaftssekretär gewesen und war auch Geschäftsführer von Verdi Stuttgart. Das ist wichtig, glaube ich, gleich zu wissen, um auch das Buch ein bisschen besser zu verstehen und den Kontext dessen. Wir freuen uns, dass Bernd hier ist. Ein Hallo an Bernd, bitteschön. Wir wollen das Ganze aber diskutieren, zusammen mit Volker Lösch. Volker, du bist einer der bekanntesten Regisseure des Gegenwartstheaters. Ich glaube, das kann man selbstbewusst so sagen. Du bist bekannt gerade für ein Theater, was sich vornimmt, in dem politischen Raum zu intervenieren. Auf deinem Zettel stehen, wenn ich richtig informiert bin, mittlerweile über 80 Inszenierungen. Ihr teilt auch ein bisschen eure Vergangenheit in Stuttgart. Du warst selber über acht Jahre Hausregisseur in Stuttgart am Theater. Ihr teilt aber auch euer politisches Engagement in Stuttgart, beispielsweise beide. Und du vor allem immer noch dabei, Stuttgart 21 und die Proteste da. Ja, ein herzlich Willkommen an Volker, dass er mit uns diskutiert über das, was Bernd uns heute so berichten wird. Genau, und meine Wenigkeit, ich heiße Ronda und arbeite derzeit für den Studierendenverband von der Linkspartei. Der Studierendenverband heißt SDS, falls der noch nicht bekannt ist. Genau, wir haben uns das ein bisschen so vorgenommen. Wir werden, oder ich habe hier so einen einigermaßen langen Fragenkatalog dabei. Wir gucken mal, ob es langweilig wird. Wir gucken mal, ob es klappt, dass wir das beantworten. Wir wollen aber eigentlich ins Gespräch kommen und vor allem auch mit euch ins Gespräch kommen. Und gucken mal, wie viel Ausdauer wir haben. Ich werde jetzt am Anfang einfach ein paar Fragen stellen an die beiden. Ich hoffe, dass ihr euch auch sozusagen untereinander fragend, kommentierend begegnen könnt. Und dann wollen wir aber genau die Debatte öffnen zu euch. Und ihr habt Zeit, Fragen und Diskussionspunkte mit einzubringen. Und dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Insgesamt ist es jetzt angesetzt für zweieinhalb Stunden. Das klingt ziemlich lange. Ich glaube, vielleicht quatschen wir einfach nachher draußen beim Bier oder Ähnlichem weiter. Und hier müssen auch noch andere Leute proben. Genau, heute Abend gibt es eine weitere Inszenierung. Das ist jetzt schon die Ankündigung, die eigentlich am Ende erst kommen sollte. Genau. Bla, bla, bla. Wir beginnen mit Bernd, würde ich sagen. Autor des Buches. Und wie man das so macht, beginnt man natürlich erstmal mit den persönlichen Fragen. Wir haben uns gedacht, es wäre eigentlich interessant zu wissen, ein bisschen von dir zu erfahren, was eigentlich deine persönliche Motivation an diesem Buch war. Mit deinem zarten Alter von nun mehr als über 60 Jahren. Wieso schreibst du jetzt dieses Buch? Wieso kommen in diesem Buch so unglaublich viele interessante Erzählungen deiner Begegnungen vor? Es kommen Dialoge, an die du dich anscheinend sehr stark erinnern kannst, vor in den Kämpfen, in denen du teilgenommen hast. Genau, die Frage, die wir uns gestellt haben in der Vorbereitung ist, was sind eigentlich, warum sind die persönlichen Erfahrungen, die du schilderst in diesem Buch, so wichtig für das Projekt und die Aussagen, die du politisch treffen willst? Ja, vielen Dank für die Frage. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich über 40 Jahre aktiv in der Gewerkschaft war. Meine ganze Lebensgeschichte ist eng verbunden mit den Kämpfen, Streiks und Auseinandersetzungen, auch innergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen von über 40 Jahren oder eigentlich schon 45, wenn man es genau nimmt. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch nicht so alt aussehe. Und zweitens habe ich aber auch eine andere Geschichte noch, also dass ich, seit ich 15 war, für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum gekämpft habe, in der Friedensbewegung aktiv war, die Proteste gegen die Agenda 2010 mit initiiert habe, wo 100.000 Leute in Berlin demonstriert hatten. Und beide Aspekte waren eigentlich immer Klassenpolitik. Also es war immer konfliktorientierte Politik und ich bin auch in der Gewerkschaft immer für eine konfliktorientierte, klassenkämpferische Politik gestanden, aber immer auch mit einem politischen Aspekt, immer die Gesellschaft als Gesamtes zu verändern. Und als ich in Die Linke gekommen bin und dort ungeplant, muss man jetzt sagen, Parteivorsitzender geworden bin, hatte ich zum Ziel, diese Elemente auch in die Partei einzubringen. Also ich hatte eine Partei vorgefunden, die wenig kampaggefähig und wenig klassenkämpferisch war und es war eigentlich sogar so, dass in vielen Bereichen diskutiert wurde, ach, du willst immer über Arbeit reden, wie langweilig, lass uns doch mal über was anderes reden. Und ich war zutiefst überzeugt, dass die Linke nur eine Bedeutung haben kann, wenn sie einen Bezugsrahmen zu den 44 Millionen Lohnabhängigen hat. Wenn sie diesen Bezugsrahmen nicht hat und ins Zentrum stellt, wird sie eine Randerscheinung bleiben. Und wir hatten jetzt im Zusammenhang mit den Wahlen ja praktisch in bestimmten Milieus rein verloren, also insbesondere in den sozialen Bremspunkten bei Erwerbslosen, aber auch bei Arbeitern in Anführungszeichen. Und dann gab es eine ganz schräge Debatte bei uns. Die Linke verliert die Arbeiterklasse. Ich bin sofort fertig. Mal abgesehen, dass wir die nie hatten, hatte ich dann gesagt, was definieren wir denn unter Arbeiterklasse? Sind die sechs Millionen Pflegekräfte und im Gesundheitswesen arbeiten keine Arbeiterklasse? Die haben wir nämlich gewonnen. Nicht alle sechs Millionen, aber viele davon. Oder sind denn bestimmte Bereiche keine Arbeiterklasse? Ist das mit dem blauen Anton verbunden oder was? Und habe dann mich motiviert gesehen, mal aufzuschreiben, was denn eigentlich heute Arbeiterklasse ist und was Klassenpolitik sein kann. Du klaust mir gleich meinen Fragebogen, deswegen muss ich hier intervenieren. Du hast schon den großen Bogen gespannt. Ich wollte noch einmal kurz nachhaken. Und zwar, worauf ich ein bisschen auch hinaus wollte, ist beispielsweise an der Geschichte von Violetta. Ich glaube, sie heißt deine Nachbarin. Die kommt in dem Buch immer wieder vor. Es ist so ein bisschen wie ein roter Faden, an den du dich erinnerst. Und du zitierst oft sozusagen Begegnungen im Hausflur, erzählst so ein bisschen ihre Lebensgeschichte. Und was mich interessieren würde, ist so ein bisschen zugespitzt die Frage, kann es sein, dass dieses Buch ohne diese Begegnungen, die du beispielsweise mit Violetta hattest, dass dieses Buch gar nicht existieren könnte, weil du diese Gespräche brauchst, weil du die Erfahrungen in den Kämpfen gebraucht hast, weil du, um es ein bisschen überspitzt zu sagen, überhaupt die Arbeiterinnenklasse für dich auch kennenlernen durftest in deiner Vergangenheit, wäre das Buch ohne Violetta also gar nicht entstanden? Ja, ohne Violetta vielleicht schon, aber ohne die vielen streikenden Verkäuferinnen, Erzieherinnen, Amazon-Beschäftigte und andere, mit denen ich immer eng zusammengearbeitet habe, wäre es sicher nicht entstanden. Also, ich wollte auch kein rein theoretisches Buch schreiben, sondern eins, das auch praktisch den theoretischen Ansatz, den grundsätzlichen verbindet mit dem Leben, Arbeiten und Kämpfen der Leute, die ich eben die letzten 40 Jahre erlebt habe und wo ich, sagen wir mal, auch in Anspruch nehme, neue Streikmethoden und neue Formen des Klassenkampfes, wenn man so einen mitentwickelt zu haben. Und ohne die wäre das natürlich nicht möglich gewesen und auch dieses Buch nicht geschrieben worden. Danke, ich würde vielleicht einmal, damit ich nicht den Rücken die ganze Zeit zu dir gedreht habe. Volker habe ich auch schon bestreikt. Ja? Erzähl mal. Wenn das alle gehört haben, Bernd versteht nichts von Theater, darauf wollte ich auch noch zuspitzen gleich. Haben wir noch ein Mikrofon für dich? Achso, nicht. Solidarisch geteilt. Vorhin hatten wir drei. Habt ihr nicht noch eins? Da kommt's. Volker? Ja, eben am Staatstheater Stuttgart hat Bernd mal versucht, eine Inszenierung von mir zu bestreiken. Wir haben uns aber dann darauf geeinigt, wenn du dich erinnerst, dass sie in meiner Inszenierung auftreten durften. Faust 2 war das. Hieß damals schon Faust 21, war wir schon gegen Stuttgart 21 in dem Faust, der sich am zweiten Teil zum Megakapitalisten entwickelt, das reingebracht haben. Aber es war noch witzig, das war 2006, da hat noch keiner damit gerechnet, dass sie das echt durchziehen, dieses Schwachsinsprojekt. Und dann sind die, das war dann der Kompromiss, in der Inszenierung auf die Bühne gekommen und haben dann da ihre Streikforderungen vorgelesen. War natürlich ein extremer Spannungskiller, weil wie so Gewerkschaften sind, die dann so reinlatschen mit Fahnen und so und dann da rumlabern und viel zu lang kommen. Komm, das war echt ein Bild wie 1900 mit den roten Fahnen und den Trauensleiten. Ja, und ich habe alles dafür getan, keine historische Inszenierung auf die Bühne zu stellen. Dann kommt der Bernd mit seinen Truppen und zieht es ins 19. Jahrhundert. Aber ja, war okay. Aber hätte man daran arbeiten können. Irgendwie scheinen die Begegnungen mit echten Menschen, um es mal so blöd zu sagen, wichtig zu sein für linke Politik. Und es scheint auch ein zentrales Element deines Theaters zu sein. Du spielst oder inszenierst eigentlich immer Stücke, die unglaublich real sind, die sozusagen realistisch zeichnen, was eigentlich sozusagen in der Welt passiert. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert im Vorfeld, zum Beispiel dein Stück Bonopoli aus Bonn, wo du sozusagen den Skandal der Stadtpolitik in Bonn skizzierst. Im Nachklapp gibt es ein ziemlich interessantes Bericht vom WDR, glaube ich, darüber, wo der Oberbürgermeister von Bonn gefragt wird, wie er es denn findet. Und er sozusagen ringt nach Worten und will eigentlich sagen, dass das... CDU-Oberbürgermeister. CDU, wichtiges Detail an der Stelle. Ringt nach Worten, um irgendwie zu sagen, dass das, was da dargestellt ist, tolle Kunst ist, aber wie Kunst nun mal so sei, halt total überspitzt. Und der WDR-Report geht eigentlich weiter und sagt, der Witz ist halt, dass die Realität so überspitzt verdreht und schrecklich war sozusagen, dass du das einfach nackt auf die Bühne gestellt hast. Aber ein wichtiges Element deiner Kunst ist ja eigentlich, dass du immer wieder versuchst und mit sozusagen der Arbeiterinnenklasse sozusagen auf der Bühne selbst zu arbeiten. Und die Frage da ist so ein bisschen, ist die Motivation eine ähnliche, wie sie vielleicht bei Bernd ist, dass man zugespritzt gefragt die Unterdrückung auch deswegen nur darstellen kann, weil man mit den Unterdrückten selbst zusammenarbeitet und die Unterdrückung sozusagen gar nicht interpretieren kann. Wie kommst du dazu? Also ich glaube, wir kennen uns ja persönlich auch ein bisschen. Ich glaube, wir haben beide den Ansatz als Menschen, glaube ich, grundsätzlich die Lust, denen, die schwach sind, eine Stimme zu geben, die zu vertreten. Also das ich im künstlerischen Bereich, im politischen Bereich. Und das hat mir als Schauspieler, ich bin ja gelernter Schauspieler, war fünf Jahre an Stadttheatern als Schauspieler unterwegs und das war mir zu wenig, da im Sinne der Vertretung dieser Themen, habe dann den Beruf gewechselt und bin jetzt zumindest immer in meinen eigenen Projekten drin und muss nicht mehr warten, bis ein spannendes Projekt alle zwei Jahre dann von jemand anderem kommt. Und habe da dann versucht, erst mal zunächst die ersten 20, 30 Inszenierungen als Jungregisseur klassische Stücke aus dem klassischen Literaturkanon zu inszenieren und habe dann gemerkt, das geht nicht weiter, auch abgesehen davon, dass ich selber auch immer in Theatern nur noch rumsaß und nichts mehr mitgekriegt habe von draußen und dann gab es nur noch die Möglichkeit, entweder auszusteigen und wieder Realität zu erleben oder eben die Realität reinzuholen ins Theater. Und dann haben wir, meine Teams und ich, sie bin nicht ich alleine, sondern wir haben ja viele interessante Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wir haben dann diese Theaterform erfunden, dass wir diese Menschen, die dann jeweils die Gruppe vertreten, die soziale Gruppe vertreten, um die es in dem Stück jetzt geht, ob das jetzt Sinti und Roma sind oder ob das Hartz-IV-Empfängerinnen sind oder ob es eben wie in dem Fall Mannheim Leute sind, die eben zu diesen sogenannten Dienstleistungsberufen prekär lebende Menschen sind, wer auch immer, die haben wir dann in die Arbeit integriert. Und wichtig dabei ist das Detail, das auch hier im Gesundheitstribunal zu sehen, da sind immer Profis mit dabei, weil die Veranstaltungen sonst schwierig funktionieren, die sind natürlich nicht gelernte Schauspielerinnen, die da auf der Bühne stehen, die können dann auch nur gebunden, gemeinsam sprechen in einer starken Struktur und die Schauspielerinnen und Schauspieler sind dann die, die das Ganze dann zum Leben bringen und das Bindeglied. Also ich habe noch nie eine Produktion gemacht, eben nur mit Laien von draußen, auf der Straße schon in Stuttgart, mit hunderten von Leuten, so Sprechchöre bei Demonstrationen, so Sachen, das kann man schon machen mal, aber jetzt, wenn es einen Anspruch haben soll, künstlerisch etwas umzusetzen und mit Literaturen in Verbindung gebracht wird, braucht es eben die Profis auch, weil es im Probenprozess, der ja dann auch ein sehr spannender ist für alle Beteiligter, auch gut ist, weil es ist ja nicht nur dann das Endergebnis, sondern auch der Proben, der Lebensprozess ist der, Schauspielerinnen und Schauspieler, Profis merken auf einmal wieder, dass sie in der Welt unterwegs sind, nicht in der Literatur, weil eben diese Leute da mit draußen sind, führt auch zu Konflikten, es gibt gestandene Schauspieler, die gesagt haben, sie arbeiten nicht mit mir zusammen, sie sind nicht dafür ausgebildet worden, um mit irgendeinem Pack, hat der eine sogar gesagt, dann auf der Bühne zu stehen, sondern sie möchten eben da selber mit ihresgleichen Kunst machen, so und dann gibt es aber die, die eine große Bereicherung beschreiben, ihres Lebens und andersrum genauso, da ich dann beim Proben keinen Unterschied mehr mache zwischen Schauspielerinnen oder Laien, sehen die sehr viel beim Proben, wie die Profis das machen und gucken sich das ab und versuchen dann was mit rüber zu nehmen und so ist auch ein sehr interessanter Arbeitsprozess, der dann da entsteht und so entstehen dann solche Stücke, die eben live sehr gut funktionieren, gefilmt weniger, also das ist dann schon wirklich ein Punkt live, also wenn ihr dann mal im Internet was über das Gesundheitstribunal seht, guckt es euch das gar nicht an, das ist nicht das, was da vor Ort ist, das entsteht dann schon im Moment mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Künstlern auf der Bühne zusammen, in dem Moment kann da was passieren, so ein Moment von Authentizität, also sehr gebrauchter Begriff, den man irgendwie kaum mehr aussprechen kann, aber das passiert dann immer vor Ort und steckt dann eben auch Debatten, stiftet Debatten und steckt an zum Diskutieren danach und es geht dann eben danach weiter, das ist auch was Wichtiges bei diesen Theaterabenden, es hört dann nicht auf mit dem Schlussapplaus, man redet danach über Bundesliga und über Rotweinsorten, sondern man redet meistens über das Thema. Willst du das vielleicht nochmal zuspitzen, was ist das, was danach passiert, also man kann es ja runterbrechen auf, der Gesellschaft wird sozusagen der Spiegel vorgehalten, wenn sie dort sozusagen sitzen, sie müssen sozusagen der Realität ins Gesicht sehen. Das kann man auch nur mit Stücken machen, also Stücke, die jetzt bei Macbeth heute inszeniert, mit einem guten Konzept, auch da guckt man sich selbst ins Gesicht, das sind ja immer menschliche Archetypen, die da abgebildet werden, aber jetzt konkret das Beispiel Bonn vielleicht nochmal zu nehmen, am Ende haben wir die Recht auf Stadtbewegung auf der Bühne, der Stadt Bonn, da stehen 100 Bürgerinnen und Bürger jeden Abend auf der Bühne und sprechen einen Text, den sie selber quasi mitgestaltet haben, durch die Beantwortung von Fragen, die wir ihnen gestellt haben, den sprechen die selber, man kann auch selber da mitsprechen, also es gibt so 80 so einen Kerntruppe, die da steht, und dann gehen die aus dem Publikum, die Lust haben, da mitzusprechen, beim nächsten Mal einfach mit auf die Bühne, das ist aber das Ende der Inszenierung, und zusammengestellt haben wir diese Gruppen über ein Zusammenführen auf der Probebühne in der Probenzeit von Kleinstinitiativen in der Stadt Bonn, also die einen haben gegen eine Zusammenlegung von Sozialämtern gekämpft, die anderen haben gegen Verdrängung wegen einem neuen PPP-Projekt gekämpft, die anderen haben wieder aus der Mietenbewegung gegen Verdrängung gekämpft und so weiter, und das waren eher so zwei, drei Leute, die sehr zaghaft und fast stimmlos, also da muss man mal sagen, sag doch mal was du willst und so, und komm doch mal jetzt auf die Probe und so, muss man fast dann zu den Proben zwingen, und die sind jetzt aber so zusammengewachsen durch diese Theaterinszenierung und durch diesen Chor am Ende, ist das so präsent geworden für sie, und sie haben eben dadurch, dass sie ihren Erfolg haben und Applaus bekommen sehr viel und Zuspruch, so ein Selbstbewusstsein bekommen, dass die jetzt wiederum eine Großdemo in Bonn angestrengt haben, Recht auf Stadt, die erste Recht auf Stadt Demo, die wirklich aus dem Theater heraus entstanden ist, das ist ein Glücksfall, dass das so funktioniert ist, und haut natürlich nicht immer hin, ist es 30 Mal gelaufen, ist immer ausverkauft und wird diese Spielzeit nicht weitergeführt, weil angeblich irgendwelche technischen Probleme da sind, die Wahrheit ist aber glaube ich, dass es da einige Verbindungen auf der Verwaltungsebene des Theaters in CDU-Kreise reingibt und man irgendwann mal froh ist, dass dieses Stück nicht weitergespielt wird, also auch das passiert einem am Staatstheater. Wir kommen gleich noch dazu, was vielleicht auch die Politik vom Theater lernen kann. Vielleicht bevor wir das Buch ganz aus den Augen verlieren, nochmal zurück zum Buch. Ich hatte vorhin schon angedeutet, der Titel nimmt sich einiges vor. Aber wir werden einerseits schon auch an ein, viel diskutiert an ein Vorbild oder ja, Vorbild erinnert, nämlich die Labour-Bewegung in England mit For the Many, Not the Few spielt so ein bisschen der Titel, den du auf Deutsch gewählt hast. Der Titel spielt aber auch mit einem Begriff, der seit kurzem oder seit, ich würde mal sagen so zwei Jahren mehr oder weniger wieder an Relevanz gewonnen hat, nämlich den Begriff der Klasse oder der Klassenpolitik. Und in deinem Buch, das fand ich ganz witzig beim Lesen, stellst du dir selber die Frage, ob nicht Zitat die alte Klassenkampfrhetorik abschreckt. Dann formulierst du aber wenige Sätze weiter, dass es Zitat in diesem Buch vor allem um die Veränderung der Zusammensetzung der Arbeiterinnenklasse im Zusammenhang der Produktivkräfte ginge. Und dann dachte ich mir aber, das ist doch klassisch-marxistisch. Die Frage also ein bisschen an dich ist, Bernd, zurück zur Klassenanalyse im alten Stil oder was ist neu an der Klassenpolitik? Die Frage hast du bestimmt schon oft gehört, aber wir wollen sie dir trotzdem noch mal stellen, was du dir sozusagen neu vornimmst mit einem Aufruf zurück zur Klasse. Ja, ich muss das ein kleines bisschen ausholen. Also ich glaube, erstens mal ist wichtig, warum brauchen wir denn überhaupt einen Klassenbegriff? Klasse hat ja nur dann einen Sinn, wenn sich Menschen zusammenfinden oder zusammengebracht werden, die gemeinsame Interessen vertreten, die sie miteinander verbindet. Das ist ja die Voraussetzung. Und man braucht dafür auch noch gar keinen Klassenbegriff, aber man braucht ihn dann, wenn man weiß, gegen welche andere Klasse muss man denn seine Interessen durchsetzen. Und das ist, glaube ich, in Zeiten nach Rechtsentwicklung, wo ein völkischer Gedanke aufkommt, besonders wichtig, dass man begreift, nicht die Flüchtlinge sind die Gegner oder die von draußen kommen, sondern es ist so eine Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit. Und wenn man höhere Löhne haben will, bessere Sozialsysteme, muss man das eben gegen diese Klasse der Kapitalbesitzer durchsetzen. Und das Zweite, was wichtig ist, dass wir ja schon seit 30, 40 Jahren einen massiven Klassenkampf von oben erleben. Also das Buch wird ja eingeführt mit dem Spruch von Warren Buffett, der gesagt hat, es herrscht Klassenkampf in unserem Land und meine Klasse gewinnt. Und dann gibt es noch einen Zusatz, der meistens nicht zitiert wird, der heißt, das sollte sie aber nicht. Und das deutet ja darauf hin, was die letzten 40 Jahre gelaufen ist. Massive Umverteilung, Reallohnsenkungen, Verschlechterung der Situation von Millionen von Menschen ist nichts anderes wie Klassenkampf. Und die herrschende Klasse ist sich dessen vollkommen bewusst und führt diesen Kampf auch ganz konsequent, während die Lohnabhängigen sich durchaus nicht bewusst sind, dass sie eine Klasse sind und auch ihren Kampf konsequent führen müssen. Ich glaube, das sind so Ausgangsbedingungen, warum man überhaupt einen Klassenbegriff braucht. Und das Wichtige ist aber, dass wir heute, wenn wir über Arbeiterinnenklasse sprechen, feststellen müssen, dass die sich völlig anders zusammensetzt als vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren hatten wir nur 60 Prozent der Lohnabhängigen, also der Bezugsrahmen von mir ist stark, die Lohnabhängigkeit, nicht der einzige, aber ein ganz wichtiger, dass man sagt, okay, die besitzen kein Kapital, keine Produktionsmittel, sondern müssen ihre Arbeitskraft verkaufen und müssen sich deshalb als Klasse organisieren, wenn sie nicht unter Strecke bleiben wollen. Also ich habe einen sehr inklusiven Begriff, der auch die Flüchtlinge, die Migranten einbezieht und jetzt nicht so diese alten Unterschiede macht zwischen werteschaffend oder nicht werteschaffend, was ich sowieso nur einen blöden Ökonomismus finde. Die Definition bestimmt sich nicht danach, ob du an der Werkbank stehst oder im Altersheim arbeitest oder bei Amazon beschäftigt bist oder bei Daimler, sondern man muss das zusammenbringen. Und das Wichtige ist, dass wir heute quasi eine Arbeiterinnenklasse haben, die deutlich weiblicher ist. Also wir haben eine Zunahme der Beschäftigung von Frauen von über 30 Prozent. Außer im ehemaligen Osten oder im Osten, da waren es mal 90 Prozent, sind es jetzt 70. Da ist zurückgegangen, die Frauenbeschäftigung. Da haben wir eher einen Rücksprick. Zweitens ist sie deutlich migrantischer. Also jeder fünfte Beschäftigte oder jede fünfte Beschäftigte hat Migrationshintergrund bei uns. Im Übrigen auch was Positives. Wenn man hier so verkürzt diskutiert, wie wenn das Belastung und Konkurrenz wäre, ist doch ein Witz. Ich stelle Ihnen ein Buch dar. Ohne die ganzen Migrantinnen und Migranten hätten wir nur schon gar nicht dieses Wirtschaftswunder, würden ganze Bereiche gar nicht funktionieren. Es gäbe aber auch deutlich weniger Klassenkämpfe und Streiks. Die haben erheblich zur Belebung quasi dieser Streiks beigetragen. Deswegen sollten wir das als produktives Element quasi der Klasse betrachten und nicht als belastendes. Sie ist aber auch deutlich prekärer geworden. Quasi dieser Kapitalismus hat eben einen Prekarisierungsschub hervorgebracht. Also damit gespaltener, ausdifferenzierter und zum Teil sind ganze Gruppen auch ausgegrenzt. Und es arbeiten deutlich mehr Beschäftigte im Dienstleistungssektor. Also 75% der Beschäftigten sind im Dienstleistungssektor, nur noch 18% in der Industrie. Ich meine, die Zahlen muss man ein bisschen relativieren, weil viel ausgelagert wurde und, 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 und. Aber trotzdem beschreibt es, welche Verschiebung, dass es dort gibt. Und wenn wir über Klasse reden, müssen wir über diese heutige Zusammensetzung reden, ja, und wo dort die Interessenslagen sind und was wir dort miteinander verbinden müssen. Und wenn ich jetzt noch eine Anmerkung machen darf, das Wichtige ist, Klasse ist ja nicht nur ein objektiver Begriff, sondern die Menschen müssen sich ja als Klasse in konkreten Erfahrungen und Kämpfen formieren. Und da wäre eben meine These, und das wird im Buch auch mit vielen Beispielen beschrieben, also wenn man Indiz nimmt, Streiks, Arbeitskämpfe, wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzungen, würde meine These folgen, auch die sind weiblicher geworden, migrantischer, mehr in prekären Bereichen und mehr im Dienstleistungssektor. Also wenn wir die wichtigen, großen Streiks nehmen, dann sind die heute von Erzieherinnen, von Verkäuferinnen. Oder ich war jetzt, also was mich ganz arg beeindruckt hat bei Ryanair, also ich hatte die Wahl, ob ich zu Merkel in die Haushaltsdebatte gehe oder zu den Streikenden von Ryanair. Und das macht eben meine Geschichte, ich bin dann zu Ryanair gegangen. Und das hat eine große Bedeutung, alles junge Leute, überwiegend studiert, arbeiten mit Löhnen zwischen 800 und 1500 Euro, sind hochprekär, haben ihre schlechte Arbeitsbedingungen, eine vollkommen internationalistische Belegschaft, fast keiner und keine spricht Deutsch, sondern kommen aus Polen, Irland, Spanien, Bulgarien, Tschechien und so weiter und haben zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten, das gab es vorher nur in der Seeschifffahrt, wo du ja auch herkommst, haben einen internationalen Streik hingekriegt. Also das in verschiedenen Ländern gestreikt wird von einer internationalen Belegschaft, die gleichzeitig gebildet und prekär ist. Also wenn wir über Klasse sprechen, dann deutet sowas auch die Zukunft von Klassenkämpfen an. Und die Linke könnte da wirklich eine ganz fortschrittliche Rolle spielen, wenn sie das als Bereicherung betreift, wenn sie betreift, dass das super ist, wenn Erzieherinnen, Bekäuferinnen, Bewachungsgewerbe und vieles andere, wenn die streiken und wir das befördern und wenn wir die Interessenslage dieser Leute, mit denen in der Industrie, mit den Erwerbslosen und vielen anderen verbinden. Und das beschreibe ich in dem Buch theoretisch und praktisch. Um es einmal zusammenzufassen, damit wir dich wieder mit ins Spiel bekommen, kann man also erstmal einfach sagen, sozusagen die grundlegende Idee oder die These des Buches ist, lass uns selbstbewusst zurück zur Klassenanalyse gehen, zurück zur Klassenpolitik. Nennen wir also das Kind beim Namen. Keine Euphemismen, keine Verschleierung. Es gibt auch ein Kapitel im Buch, da besprichst du den Mythos der Mittelschicht. Das heißt, also Kind beim Namen nennen, aber lass uns dabei nicht vergessen, dass die Klasse heute eine andere ist, wie vor vielen, vielen Jahren. Dann wäre eigentlich ein bisschen an dich erstmal die Frage, gehst du da mit? Ja, ich gehe da total mit, nur ich hätte da eine Bitte oder einen Tipp. Ich habe ja den Vorteil, dass ich nicht aus Parteistrukturen komme und mich mit Sprache professionell beschäftige. und ich habe vielleicht nachher zu über das Projekt in Mannheim zu sprechen bekommen, weshalb das ja der Anlass war, auch überhaupt über Klassen zu diskutieren, weil ich da was gemacht habe zu dem Thema, inszeniert habe. Was ich in allen Gesprächen, die ich da geführt habe, feststelle, ist, es gibt bestimmte Begriffe, die man glaube ich vermeiden muss in der Öffentlichkeit. Und wenn es heißt, es ist eine neue Klasse entstanden und es ist nicht mehr die alte Arbeiterklasse, also der männliche Industriearbeiter, der größtenteils ja männlich und in einer Fabrik gebunden, dann streikt und auch eine Ansprache bekommt, sondern es ist ein extrem heterogenes Feld geworden von Menschen in unterschiedlichsten Berufen, dann sollte man bestimmte Begriffe auch nicht mehr verwenden. Man sollte den Begriff Arbeiterklasse nicht mehr verwenden. Man sollte auch den Begriff, Klasse kann man schon sagen, klar, es ist eine Klasse, aber es ist keine Arbeiterklasse mehr, sondern man muss neue Begriffe erfinden, weil diese Begriffe abschreckend wirken auf alle, die man anspricht im Sinne von Mobilisierung oder was zusammen machen, weil sie sofort sagen, das ist ja kommunistisch oder das ist doch Sozialismus, was ihr da gerade erzählt und die konnotieren natürlich nicht das, was wir hier alle meinen mit einem demokratischen Sozialismus, sondern die denken dann an UdSSR, sie denken an DDR und sofort hört jede Art von Möglichkeit auf, mit Leuten darüber zu reden, wenn man diese Begriffe, die alten Begrifflichkeiten verwendet für etwas, was in der Analyse natürlich total richtig ist. Da würde ich dafür plädieren, da auch eine neue Sprache zu finden, neue Begrifflichkeiten einzuführen, die auch frisch daherkommen und die dann auch für etwas, was neu ist, auch einen neuen Begriff in die Öffentlichkeit bringen. Also gibt es da noch mehr so marxistische Begriffe, zum Beispiel der Klassenkampf. Jetzt erzähl mal bitte einem 19-Jährigen was vom Klassenkampf, der hat das vielleicht schon irgendwann mal gehört und so oder von revolutionären Situationen, die natürlich überhaupt nicht da sind, die sind ja gar nicht da, ist ja überhaupt nicht greifbar, und da würde ich einfach gucken, dass man da einfach anders redet darüber, um auch bestimmte Leute anzusprechen, die jetzt vielleicht keinen Bock haben, weil sie denken, das ist so ein Miefkram aus den 50ern oder aus den 60ern. Bernd. Vielen Dank, da noch ein bisschen Einsätze zu sagen. Natürlich brauchen wir einen Begriff und ich sage ja nicht, die Leute sollten jetzt rausgehen und sagen, mach Klassenkampf, sondern das ist ja zum Begreifen der eigenen Politik, die man macht. Also die Leute definieren sich nicht als Klasse über Begriffe, sondern über Erfahrungen, die sie entsprechend verarbeiten oder wo man ihnen dabei hilft, die zu verarbeiten, aber so ganz stimmt es nicht immer. Also der Dürre hat gestern, vorgestern auf dem Eröffnungspodium, aber ich kannte es schon vorher, eine Geschichte erzählt, dass er vor 1600 Erzieherinnen in München geredet hat und er hätte eine total schlechte Rede gehalten, aber zum Schluss hat er gesagt, Leute, es herrscht Klassenkampf im Land und was ihr macht, ist hier Klassenkampf und da muss es dann tobenden Beifall gegeben haben. Also vielleicht sind die Leute schon manchmal auch ein bisschen weiter, zumindest wenn sie sich mal bewegt haben. Die, die sich nicht bewegt haben, da stimmt es natürlich. Also wir einigen uns darauf, Klasse sowohl in der Sprache als auch in der Lüse nach vorne. Man darf halt nur nicht die ganze Zeit von Klassenkampf reden. Wir sind nicht in einem Klassenkampf. Das ist nicht die Realität. Die Leute erleben das auch nicht so. Es gibt Demonstrationen, es gibt dann beeindruckende Veranstaltungen, wie wenn 50.000 Leute hier in Berlin, Mieterinnen auf die Straße gehen. Die Charité-Geschichte ist sehr beeindruckend, aber ich würde da jetzt nicht von Klassenkampf reden, ich würde da von Demonstrationen reden, ich würde von Widerstand reden und von solchen Dingen, aber ich würde versuchen, bestimmte Begrifflichkeiten, die kann man ja intern verwenden, das ist ja klar, es sind ja auch Marxisten, Marxistinnen, die darüber reden, natürlich können die ihre Begriffe weiterhin verwenden, aber ich würde versuchen, auch gerade für eine jüngere Generation, zeitgemäßere Begriffe zu finden, um die auch einzubinden in so etwas wie eine Bewegung, die entsteht und nicht von vorrevolutionären Zeiten reden, wo keine da sind. Das lassen wir einfach so stehen, sagt Bernd. Trotzdem will ich einmal noch mal kurz reinhaken und zwar an der Frage, ich glaube, weil du es jetzt auch gerade noch mal angesprochen hast, und die Frage, die ja schon noch im Raum steht, ist, was verbindet denn die Klasse? Ganz genau, was ist das, diese gemeinsamen Interessen? Wir sagen immer, es sind gemeinsame Interessen, aber was ist das eigentlich? Also was, wenn wir sagen, wir reden nicht mehr von Arbeiterinnenklasse, geht es nicht mehr um Arbeit? Ich würde mal kurz einen Aufruf vorlesen für die Mannheimer Inszenierung, da steht es glaube ich drin, was es verbindet, das war so ein Aufruf, der Aufruf ist ja wurscht jetzt, ich weiß nicht auswendig, der Aufruf war einfach, arbeiten Sie, Sie arbeiten zu viel und Sie verdienen zu wenig. Das ist das, was Sie alle verbindet, die wir da interviewt haben, die arbeiten viel zu viel, arbeiten teilweise 60, 70 Stunden in der Woche und sie verdienen kaum so viel Geld, dass sie davon leben können. Meistens sind verschuldet oder können nicht mal ihre Mieten zahlen. Und das betrifft, das betrifft so viele Menschen in unterschiedlichsten Berufsfeldern auch. Und wir haben eben da versucht, in diesem Projekt in Mannheim, die zusammenzuführen, haben natürlich sehr schnell gemerkt, dass wir die nicht auf eine Bühne kriegen. Selber Problem wie beim Pflegetribunal, Menschen arbeiten zu viel, sind zu ausgebrannt nach ihren Arbeitsschichten. Wenn eine Putzfrau zehn Jobs hat, kann sie nicht noch die sechs Stunden, die sie frei hat, am Tag ins Theater gehen und für ein Theaterstück proben. Und deswegen haben wir dann ein sehr aufwendiges Filmkonzept entworfen und ein Filmprojekt gemacht und haben die Interviews per Film geführt und in einer aufwendigen Videoproduktion eine Klasse auf der Bühne hergestellt. Von all diesen verschiedenen Menschen in den unterschiedlichsten Berufen per Bild verbunden mit dem kleinen Mann, war es nun von Fallada zusammen. Und die waren dann in der Premiere alle und haben dann sich selber sehend in Verbindung mit den anderen festgestellt, dass sie dann eigentlich eine Klasse sind. Also die wussten das vorher gar nicht. Es gab kein Bewusstsein davon, dass sie zusammengehören, dass der Pizzabote und die Altenpflegerin und der Amazon-Beschäftigte und welche Menschen auch immer, die dazugehören, dass die eigentlich eine große Gruppe bilden, die, wenn man die auf die Straße bekäme, dann bestimmt revolutionäres Potenzial hätte. Aber wie, das ist die große Frage, wie kriegen wir die alle zusammen mobilisiert? Lass uns die Frage weiter diskutieren, aber vielleicht du nochmal genau. Ja, das ist eine ganz zentrale Frage der konkreten Politik. Also weil, natürlich vereinigt die Leute erstmal die gemeinsamen Interessen als Lohnabhängige, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und die ein Interesse an guter Arbeit und guten Arbeitsbedingungen und guter Bezahlung haben. Und das müssen sie durchsetzen. Und das kriegt sie nicht geschenkt. Jetzt kommt aber was dazu, was diese neue Formation des Kapitalismus ausmacht, dass sie hochgespaltet sind. Und das natürlich Bestandteil quasi dieser Formation des Kapitalismus ist, dass man quasi Kernarbeiter und Leiharbeiter schafft, dass man Befristete und Unbefristete schafft, dass man Mini- und Mini-Jobberinnen schafft, dass man Leute in Werkverträge hat, für die kein Tarifvertrag mehr gilt, die nicht mehr zur Kernfirma gehören, also die bei EDK auffüllen oder beim Daimler die Motorblöcke ans Band bringen und schlechter bezahlt sind, schlechtere Bedingungen haben und oft keine betriebsrätliche Vertretung. Oder dass es ganze Branchen gibt, die aufgespalten sind, dass man völlig neue Betriebsstrukturen haben, die alle dem entgegenwirken, dass sich die Leute zusammenschließen. Und das ist ja auch der Sinn. Deswegen haben die Gewerkschaften inzwischen so wenig Mitglieder, auch wegen falscher Politik. Ich meine, wenn das so verzagt und angepasster herkommt, darf es sich auch nicht wundern. Aber natürlich nur noch 47% der Beschäftigten haben Tarifverträge. Das ist die Folge davon. Ein wichtiges Bindemittel für Gewerkschaften. Und da habe ich den Begriff mitentwickelt, der verbindenden Klassenpolitik. Also was verbinden die Leute miteinander? Und was ist das Ziel der Verbindung? Das Ziel des Kapitalismus ist zu spalten. Das Ziel der Linken, der Klassenpolitik, ist die Interessen miteinander zu verbinden. Warum gehen eigentlich bei mir immer die Mikrofone aus? Kann das mal jemand sagen? Bitte? Das Handy? Ah, okay, das liegt aber hier. Das wird zum Beispiel, dass der Kernarbeiter mit dem Leiharbeiter zusammen gegen die Leiharbeit kämpft. Dass zum Beispiel die Befristeten mit den Unbefristeten gegen die Befristungen kämpfen. Dass die Erwerbslosen und die strukturell Unterbeschäftigten mit den Überbeschäftigten gestressten verkürzere Arbeitszeiten kämpfen. Also wir brauchen praktisch Forderungen, Projekte, die die Interessen der Leute miteinander verbinden und der Aufspaltung entgegenwirken. Und da habe ich ja in dem Buch auch Vorschläge gemacht, wie so eine verbindende Klassenpolitik aussehen kann. Aber nicht einfach aus der Theorie, nur anknüpfend an Kämpfe und Auseinandersetzungen, die bereits geschehen. Und da wollte ich noch ein Element einbringen. Natürlich ist dem Zentrum quasi in der Klassenpolitik immer die Auseinandersetzung in der Arbeit. Also um Lohn, um Arbeitsbedingungen, um Regulierung gegen prekäre Arbeit und so weiter, für Arbeitszeitverkürzung. Aber in positiven Zeiten der Arbeiterbewegung hat sie eigentlich immer den ganzen Menschen im Blick genommen. Wir hatten früher Kulturvereine, Konsumgenossenschaften, Wohngenossenschaften und viele andere Dinge. Alles Resultate der Arbeiterbewegung. Und ich glaube, wir müssen auch heute erkennen, dass quasi verbindende Klassenpolitik heißt, auch das ganze Leben der Leute im Blick zu nehmen. Auch die Reproduktionsseite. Zum Beispiel das Interesse auf bezahlbare Wohnungen, auf angemessenes Wohnen. Oder das Interesse auf gute Kindererziehung, gebührenfrei. Oder das Interesse auf öffentlichen Nahverkehr, gebührenfrei. Eine gute öffentliche Infrastruktur, Zugang zu Kultur und Kunst. Auch das sind natürlich verbindende Fragen. Also der Arbeiter in der Produktion muss ein Interesse dran haben, objektives, dass die Erzieherin bessere Arbeitsbedingungen hat und bessere Bezahlung, damit seine Kinder besser erzogen werden. Oder die Angestellte bei IBM oder sonst irgendwo muss Interesse haben, dass die Altenpflegerin gut ausgebildet und gut bezahlt ist, weil vielleicht ihre pflegebedürftige Mutter demnächst das Altersheim muss. Das heißt, auch dort die Verbindungen herzustellen der verschiedenen Interessen. Dass nicht der Arbeiter denkt, was, jetzt muss ich mehr Steuern zahlen, damit die Erzieherin mehr Geld bekommt. Oder was geht mich das an? Das sind quasi verbindende Projekte. Und die entstehen nicht einfach so. Sondern das braucht eine politische Kraft, die diese Verbindungen organisiert und herstellt. Lass uns bei der Frage, wie man es zusammenbekommt, die Klasse zusammenbekommt, gleich einhacken. Ich würde gerne nochmal bei Spaltung bleiben. Und zwar einmal nochmal kurz zuspitzen, weil es einfach viel diskutiert worden ist in der letzten Zeit. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist wichtig, den ganzen Menschen zu betrachten. Und dabei gibt es zum Beispiel in der feministischen Debatte auch so ein bisschen, dass sie sagen, wir sollten nicht mehr von Kapital und Arbeit sprechen, sondern es geht eigentlich um Kapital versus Leben. So als Idee sozusagen, um zu zeichnen, dass die Klasse sich nicht nur unmittelbar im direkten Lohnverhältnis konstituiert, sondern eben auch sozusagen im Alltag, der eben genauso sozusagen durch Klassen strukturiert ist. Die Frage ist also so ein bisschen an euch beide eigentlich, weil nun mal sozusagen auch so Stimmen von Bernd Stegemann und dergleichen laut geworden sind, die im Grunde erstmal sozusagen ja mit euch mitgehen würden und sagen, wir brauchen eine soziale Wende, die soziale Frage soll ins Zentrum gestellt werden. Du hast bei dem Zehn-Jahre-Geburtstag von der Linken das auch stark gemacht. Ich wünsche mir, liebe Linke, dass ihr die soziale Frage wieder ins Zentrum stellt und so weiter und so fort. Da scheinen wir uns irgendwie einig zu sein. Trotzdem gibt es anscheinend unterschiedliche Arten, sich diese Frage zu stellen. Also wie stelle ich mir die soziale Frage und eben auch, wie beantworte ich die soziale Frage? Und die große Frage, die sich ja vor allem feministische Bewegungen oder antirassistische Bewegungen, jetzt die Willkommensstrukturen und so weiter stellen, ist ja, gehört Feminismus, gehört Antirassismus mit in das, was wir sozusagen als neue Klassenpolitik verstehen? Zugespitz formuliert der Begriff, ich weiß, du magst ihn nicht, aber ist Feminismus Teil unseres modernen Klassenkampfes? Wie können wir das sozusagen mitdenken? Und ich glaube, die Frage müssen wir beantworten, um auch die soziale Frage anders zu beantworten, vielleicht als Stegemann. Hast du ja schon gesagt jetzt. Schon beantwortet? Ja, genau. Wie denn? Dass man sie anders stellen muss, als Stegemann. Ja klar, muss man sie anders stellen. Und? Das waren jetzt ungefähr acht Fragen, die du gestellt hast. Aber ich will die letzte, vielleicht mit der letzten mal anfangen. Ich glaube, natürlich, das muss zusammengedacht werden. Das geht gar nicht anders. Das fängt ja schon damit an. Also ich kann vom Theater jetzt reden, dass Schauspielerinnen schlechter bezahlt werden als Schauspieler. Warum? Wieso ist das so? Also, oder dass meine Bühnenbildnerin in Dresden jetzt bei der letzten, wir müssen ja immer neu verhandeln, wir sind ja Freiberufler, wir sind ja freiwillig auf dem Markt und müssen immer neu verhandeln. Je nach Marktwert, nach künstlerischem Marktwert geht es dann runter oder hoch und so. Den bestimmen dann auch andere, KritikerInnen und so. Und die muss dann jetzt, hat jetzt gesagt, ich möchte genauso viel haben wie der Kollege, der auch Bühnenbildner ist hier, der genauso bekannt ist wie ich und so. Und wieso kriegt er 10.000 mehr als ich? Und das wird dann aber, heißt, dann wird nicht drüber geredet. Das ist frei verhandelbar und da sind wir nicht auskunftspflichtig und so. Also das geht gar nicht, dass man das voneinander trennt. Natürlich muss man das immer zusammen bekämpfen alles. Und ich wollte mal was dazu sagen, du beschreibst es aus der gewerkschaftlichen Perspektive natürlich sehr gut, weil du dich da sehr gut auskennst. Aber es gibt so viele Leute auch inzwischen, die überhaupt keine Vertretung haben. Also diese Arbeitsverhältnisse wachsen ja atypisch beschäftigt im Niedriglohnsektor. Wir waren in Mannheim auf dem Arbeitsstrich morgens um sechs. Da stehen Leute und gar nicht Migranten nur, sondern eben auch alle möglichen Leute, die stehen da an der Straße und da fährt ein Auto vorbei, ein Laster und sagt hier, ich habe einen Sandhaufen, der muss von A nach B geschaufelt werden, sechs Stunden Arbeit, drei Euro die Stunde. Sagt der Typ, drei Euro die Stunde steigen die ein, fahren damit ja mit. Wer vertritt denn all diese Leute? Das wächst ja alles. Immer im Hotel, Hotelangestellte, Zimmermädchen, Zimmerjungen, Zimmermädchen meistens leider, die dann für drei Euro, vier Euro die Stunde schwarz Luxushotels reinigen und so weiter. Und da ist es viel, viel schwieriger an die ranzukommen. Die, die in den Betrieben sind, die kriegt man ja auch über Gewerkschaft. Und da gibt es vielleicht eine Kantine auch noch, wo man sich treffen kann. Und da kann sich mal jemand auf den Tisch stellen und kann sagen, Leute hier, 18 Uhr heute Abend, die und die Veranstaltung, kommt bitte alle und so. Aber wie kriege ich die alle, die anderen, diese Menschen, für die man ja dann eigentlich noch mehr kämpfen müsste, die gar keine Vertretung haben, wie kriegen wir die alle zusammen auf einen großen Platz oder in eine Energie rein, in eine Protestenergie rein? Das ist viel, viel schwieriger und eine wahnsinnige Herausforderung. Weil man müsste ja Orte, so wie es die Polis damals in der Antike gab, wo die Menschen sich getroffen haben und die politischen Anliegen besprochen haben, es müsste ja solche Orte, ich meine, es ist auch rein orthografisch. Nee, Orte, ich meine, Marktplätze, Räume, soziale Räume müsste es ja geben, die sowas anbieten. Da wäre ich jetzt nicht so bei der Linkspartei, da wäre ich eher bei einem Theater, beim Stadttheater. Die stehen mitten in der Stadt, die sind groß, die haben genug Räume. Die, gut, ich habe jetzt keins, aber wenn ich eins hätte, wäre das zum Beispiel so ein Ort, an dem man das wirklich versuchen müsste, die alle da zusammen zu führen. Weil, wo können sie denn miteinander reden? Wo können sie sich über ihre Erfahrungen, die sie machen, austauschen? Und es ist immer ans Geld gebunden. Alles, was sozial passiert im Leben, ob ich meine Miete nicht zahlen kann, ob ich meine Kinder nicht zum Schulausflug schicken kann, ob ich mich schäme dafür, weil ich seit zehn Jahren nicht mehr im Urlaub war und noch nicht mal mehr im Schwarzwald war oder so, nicht mitreden kann, weil ich mich schäme, in der Kneipe niemals die anderen mal einladen zu können, weil sie immer mich einladen. Und das ist immer Geld, weil alles, was Geld definiert wird, kommt immer wieder auf diesen Geldpunkt. Deswegen haben wir die Frage so einfach gestellt. Wer hat zu wenig Geld zum Leben und muss trotzdem so viel arbeiten, was er umfällt und möchte, was dazu sagen? Vielleicht direkt tatsächlich an dich, Bernd. Ja, unbedingt richtiger Ansatz. Die Frage, kann man noch weitergehen? Wir haben Hunderttausende in Dienstboten, in Putzfrauen, in Privathaushalten. Also dieser Bereich wird immer mehr, der quasi gewerkschaftlich nicht erfasst ist und der zum Teil wieder feudale Abhängigkeitsverhältnisse hervorruft. Auch im Theater natürlich, also die vielen Arbeitslosen. Hospitanten. Ja, genau. Also da hast du eine Refeudalisierung bestimmter Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Ich glaube, ich bin auch jetzt in dem Buch nicht rein Gewerkschafter, sondern auch im politischen Begriff quasi der Auseinandersetzung. Es geht ja auch um eine Rolle einer linken Partei da drin. Und ich teile unbedingt, dass man Räume aufbauen muss, Begegnungen organisieren muss. Das muss immer eine praktische Dimension haben. Ich sehe aber natürlich auch unsere Begrenztheit. Also was wir hinkriegen und was wir nicht hinkriegen. Aber nochmal zu diesen identitären Fragen. Ich halte das für einen ähnlichen Quatsch und Irrtum wie die Frage mit der Migration und mit den Flüchtlingen. Die These quasi, dass die Linke sich zu stark um die identitären Fragen, also Geschlechterfragen, sexuelle Orientierung, Rassenfragen, gekümmert hätte und weniger um die sozialen Fragen. Und im Übrigen, dass der Neoliberalismus sich mithilfe dieser Positionen durchgesetzt hätte, weil er praktisch mehr oder weniger eine Legitimation hatte für diese neoliberale Politik. Vielleicht hätte man das vor 20 Jahren irgendwo mal diskutieren können, aber heute ist das ein Witz. Weil heute stehen wir quasi vor der Installierung eines autoritären Kapitalismus mit einem ganz reaktionären Familienbild, der einen vollen Angriff fährt auf diese ganzen emanzipatorischen Errungenschaften der 68er, gegen die Fragen der freien sexuellen Orientierung, gegen das Zusammenleben mit verschiedener Ethnien und und und. Also da so ein Ding aufzubauen, halte ich in der Situation eher sogar für reaktionär. Und natürlich müssen die Klassenfragen mit den identitären Fragen eng verbunden werden, zumal es auch zum Teil wiederum Klassenfragen sind. Du kannst natürlich lohnabhängig sein und gleichzeitig Muslima sein, die diskriminiert wird, schwul oder lesbisch oder trans, die im Übrigen auch stärker diskriminiert werden in der Arbeitswelt wie andere und häufig auch im Niedriglohnbereich sind und gleichzeitig Mitglieder der Arbeiterinnenklasse. Und wenn du nicht der gehobenen Mittelschicht angehörst und nicht einer bestimmten Bildungsbürgertum, hast du sogar viel schwerer, diese Orientierungen zu leben und deine Identität zu leben. Und es muss genau linke Politik sein, dass die Leute materiell ihre Lebensorientierung verwirklichen können. Und deswegen muss man das eng zusammenbringen. Und die gleiche Debatte gab es ja auch in den USA. Und ich finde, die Noamie Klein hat es sehr gut formuliert, dass sie deutlich nochmal gemacht hat, dass der amerikanische Kapitalismus ohne die Rassentrennung überhaupt sich nie hätte so entwickeln können. Sondern der hat immer davon gelebt, dass er ein Bündnis zwischen den weißen Industriearbeiter und den Farbigen verhindert hat. Und genau diese Spaltungsprozesse organisiert hat. Und deswegen darf man diese Fragen überhaupt nicht gegeneinander stellen. Genauso wie die Migrationsfragen. Natürlich sind die Migranten und im Kern auch die Flüchtlinge Teil der Arbeiterinnenklasse. 300.000 Flüchtlinge arbeiten schon. Die werden eingesetzt als Subproletariat. Und da können wir wirklich viel von der Geschichte lernen. Vom ersten Sozialistenkongress in Stuttgart, Stuttgart, die gesagt haben, das löst man nicht durch Begrenzung der Migration oder durch das, dass man ganze Ethnien ausschließt, zu uns reinzukommen, sondern das löst man, indem man ihre Interessen vertritt und mit ihnen zusammen sich organisiert. Und indem man ihnen Zugang zu Gewerkschaften und anderen Organisationen ermöglicht. Und das finde ich für uns heute tatsächlich den fortschrittlichen Ansatz und die fortschrittliche Auflösung aus dieser Frage. Alles andere würde quasi wirklich eine reaktionäre Wendung der Klassenfrage mit sich bringen. Entweder ist die Klasse inklusiv und alle gehören dazu. Und wenn man einen exklusiven Begriff definiert, dass man sagt, da gehören nur Deutsche dazu oder nur die, die schon da sind oder die und die nicht, dann tut man sich keinen Gefallen und das sollte man als linke Partei schon gar nicht tun. Ganz kurz dazu, du beschreibst das jetzt sehr richtig, wie ich finde, theoretisch das Ganze. Ich kann es aus dem Bauch heraus nur beschreiben. Mir leuchtet das überhaupt nicht ein. Mir leuchtet überhaupt nicht ein, dass unter dem fiktiven Aspekt der Machtübernahme der Linken, das ist ja immer fiktiv, man redet immer, wenn wir dran wären. Die Praxis ist ja leider dann so, dass man, wenn man überhaupt drankommt, dann koalieren muss. Und dann sieht es so aus, wie es dann meistens aussieht. Und aber es ist aber letztlich so, wenn man das jetzt fiktiv mal so sagen würde, die Linke ist jetzt dran, ganz allein, und sie kann alles das machen, was sie machen möchte, dann würde ein gigantischer Umverteilungsvorgang stattfinden. Also wenn man das, da hoffe ich doch von ausgehen zu können, aufgrund dessen, was im Parteiprogramm steht, dass da von oben gigantisch nach unten umverteilt wird. Und dann gleichzeitig kann man doch diese Themen locker nebeneinander behandeln. Man muss es überhaupt nicht miteinander aufrechnen. Man kann die soziale Frage sehr großflächig und sehr großzügig lösen. Und dann kommt dieser konstruierte Konkurrenzbegriff, der kommt überhaupt nicht auf zwischen Geflüchteten und zwischen sozial Abgehängen. Der ist gar nicht da. Also wenn schon eine Vision, dann doch eine richtige. Und dann kann man das so alles zusammenlösen. Und dann ist überhaupt keine Rede von Wohnungsknappheit und von irgendwelcher Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, weil das ja alles anders organisiert werden würde. Also das verstehe ich dabei nicht bei der Debatte. Und das Zweite, was ich nicht verstehe, ist, dass man auch nur den Anschein in der heutigen Zeit in Bezug auf Nationalismus geht, aus einer linken Ecke heraus. Das, was du gerade gefragt hast, man muss diesen aufkommenden Rassismus natürlich mit diesen ganzen anderen Fragen behandeln. Und da kann es nicht sein. Und das sage ich aus dem Bauch raus und von zutiefstem Herzen aufgrund meiner vielen Erfahrungen in Dresden mit meinen vielen Projekten, die ich in Dresden gemacht habe und mit diesen Tausenden von Gesprächen, die ich mit Pegidisten geführt habe. Und ich habe es auch langsam satt, jetzt mit denen zu reden. Also mir ist die Schnauze voll, weil sich eh nichts ändert. Und ich bin überzeugt davon, dass es der falsche Weg ist, denen hinterher zu laufen. Man muss sich um die Grünen und um die SPD-Leute kümmern, dass die wieder nach links kommen. Und dann sind es eh viel mehr. Und vorhin gab es ein sehr interessantes Podium, was wir hatten vorhin. Da war eben die Kabarettistin Ilda dabei. Und die hat eine Wutrede gegen Sarah Wagenknecht gehalten. Und zwar hat sie beschrieben, dass sie für die, sie hat übrigens 1,5 Millionen Menschen, die ihr folgen auf YouTube, 1,5 Millionen Menschen. Und das sind alles Menschen mit Migrationshintergrund. Und sie hat beschrieben, dass sie keinem einzigen dieser Menschen die Linke vermitteln kann, wegen Sarah Wagenknecht. Weil Sarah Wagenknecht eben diesen Begriff und diese bestimmten Begrifflichkeiten inzwischen in Bezug auf Nationalismus vertritt. Und dass aufgrund dessen kein Mensch mehr aus dieser Community oder ganz, ganz wenige etwas mit der Linken zu tun haben wollen. Und da kann man dann sagen, wenn das die Rechnung ist, dann würde man zugunsten von Leuten, die angeblich von links oder von Mitte nach rechts gewandert sind, würde man alle Migranten aufgeben, alle Migrantinnen aufgeben. Also aus rein machttaktischer Perspektive. Das ist ja völliger Irrsinn. Und da wurde mir so ganz sinnlich vorhin in dem Gespräch klar, was da gerade passiert. Also dass die Linke, wenn sie, was weiß ich, gibt es eine Spaltung, da gibt es nur noch zwei, zwei, fünf Prozent Parteien, keine Ahnung, was ihr da jetzt veranstaltet. Aber wenn das so weit käme, würde man ja ganz, ganz viele Leute verlieren, auch für die man kämpft und die ja zu dieser Klasse gehören, die du gerade da beschreibst. Und das Dritte ist auch aus dem Bauch heraus, ich bin in Südamerika aufgewachsen, mir ist das auch persönlich sehr fremd, diese ganze Geschichte für mich, weil es immer ein internationales Problem, mal abgesehen davon, dass wir alle so leben, dass wir die Fluchtursachen ja verursachen. Und dann können wir uns auch hinsetzen und können sagen, okay, dann müssen wir auch ein bisschen was dafür tun und müssen dann auch bestimmte Einbußen hinnehmen, auch im persönlichen Leben, dafür, dass wir so geil leben, dreimal im Jahr in Urlaub fliegen. All unsere Lebensumstände sind ja so, dass sie dazu führen, dass 60 Millionen Menschen weltweit unter anderem auf der Flucht sind. Nicht an allem schuld, aber doch an einigem. Und das verstehe ich alles nicht bei dieser Debatte. Und deswegen bin ich ja da ganz eindeutig, finde ich das, und auch 100 Prozent nachvollziehbar, dass so ein Klassenkampf, um den Begriff dann doch nochmal zu nehmen, nur über die Grenzen hinaus gemeinsam mit allen Menschen geführt werden, muss die ausgebeutet werden. Das ist der Punkt. Es geht um Ausbeutung. Und wo die Ausgebeuteten herkommen, ist doch völlig wurscht. Lass uns bei der Frage kurz noch bleiben, weil es ist die Frage der Zeit und das Problem, du hast es gerade im Grunde schon angeschnitten, ist ja ein bisschen, dass es eine Debatte ist. Und die Frage ist, die ich eigentlich an euch beide nochmal stellen will, was ist denn der konkrete Kampf gegen Rechts? Wie sieht der aus? Was machen wir mit Chemnitz? Ist die neue Klassenpolitik eine Antwort auf Rechts? Und wenn ja, habt ihr konkrete Beispiele, wie sowas aussehen kann? Außer sozusagen, dass wir uns theoretisch, glaube ich, in der Sache einig sind. Ich meine, um vielleicht nochmal dich zu zitieren, ich habe mir eine Rede angehört, die hast du, glaube ich, vor zwei Tagen in Stuttgart gehalten oder ein paar Tagen mehr, Wochen, okay, schlechte Recherche, ich fand die aber beeindruckend, weil du nochmal deutlich gemacht hast, da, worum es hier geht. Es geht sozusagen um, du hast es, glaube ich, Krise der Humanität genannt, Krise der Menschlichkeit und das hat sozusagen nochmal zugespitzt, warum wir aufhören müssen, sozusagen in dem Sinne oder den Debattenraum verlassen müssen und endlich sozusagen praktischen Kampf gegen Rechts, gegen Abschottung und so auf die Straße bekommen müssen. Ich möchte dich einmal kurz zitieren, weil ich das so wunderschön fand. Ich hoffe, ich zitiere dich richtig. Zitat, Du wünschst dir, dass Seehofer und Co. sofort zurücktreten sollen, sich in Sammelzentren ihrer geistigen und emotionalen Lehre in den nicht verdienten Ruhestand verkriechen sollen und strengstens verboten bekommen sollen, jemals wieder Politik zu machen. Das fand ich einfach großartig und hat dargestellt sozusagen, wir müssen loslegen und Bernd, wie machen wir das jetzt? Ja, ich erzähle immer gerne, ich hoffe, ich langweil nicht die, die es schon mal gehört haben, eine Geschichte aus dem Berliner Flughafen. Da war ein großer Streik des Bodenverkehrsbetriebe. Also sind die, die die Gepäckstücke entladen und die Treppen an die Flugzeuge fahren und Bus fahren und ähnliche Dinge. Es haben dort tausend Leute gestreikt, eine irre Leistung, war super gut, viel Niedriglohnbereich, viel prekäre Arbeit und ich war eingeladen, dort eine Rede zu halten, was ich natürlich immer am liebsten mache, habe das auch getan und dann kam der Gewerkschaftssekretär, den ich ganz gut kenne, der hat dann gesagt, ja, die Linke war nicht die einzige Partei, die hier reden wollte, sondern bei Ihnen hätte auch die AfD angefragt. Und der hätte gesagt, er würde da auch gern reden und auch ein Foto machen gern. Dann hat der Gewerkschaftssekretär gesagt, ja, aber ist dir bewusst oder ist Ihnen bewusst, dass Sie dann neben arabischen, türkischen, afrikanischen, farbigen, weißen und anderen Arbeiterinnen stehen und dass die dann alle mit Ihnen auf dem Foto sind. Und dann hat er gesagt, ja, das wäre ihm nicht so recht. Ob man... Die hier rumdrehen können, die Schwarzen. Ja, genau. Ob es nicht möglich ist, dass er nur mit deutschen Arbeitern fotografiert wird. Und dann hat der Sekretär zu ihm gesagt, das gibt es bei uns nicht, entweder alle oder keiner. Und diese Geschichte hat er aber den tausend Leuten erzählt. Und damit hat er einen grandiosen Beitrag zum Antirassismus geleistet. Ich hätte wahrscheinlich jetzt erst mal erzählt, wie schlimm die AfD ist und dass die überhaupt kein soziales Programm hat und bloß auf die Flüchtlinge hetzt und nach zehn Minuten hätten die Leute irgendwie abgeschaltet. Aber diese Geschichte hat allen, die da standen, deutlich gemacht, hoppla, ich streike doch gerade mit dem türkischen Kollegen, mit der afrikanischen Kollegin für gemeinsame Interessen. Und jetzt kommt da die AfD und will uns da trennen. Und ihre Erfahrung war aber gerade, dass sie stark sind, weil sie solidarisch sind. Und das finde ich zum Beispiel einen extrem wichtigen Ansatz. Im Übrigen auch, oben hat mir die Verdi-Publik gezeigt, wo vorne der Kampf vom Klinikum in Essen und Düsseldorf dargestellt wurde und Leute. Und da war eine schwarze Kollegin und eine weiße drauf. Und ich finde das zum Beispiel genial, wenn das die Gewerkschaft macht, dass sie einfach deutlich macht, so bunt und so zusammengesetzt sind die Beschäftigten und die üben zusammen Solidarität. Und deswegen glaube ich, ein wichtiger Beitrag, und da geht es ja auch um verbindende Klassenpolitik, ist diese Erfahrungen zu organisieren und die auch bewusst zu verarbeiten. Dass hier Leute für gleiche Interessen, für bezahlbaren Wohnraum demonstrieren. Wenn man gestern unsere kleine, aber feine Mietendemonstration angeguckt hat, dann waren Romas dabei, dann waren Junge dabei, dann waren alle möglichen Leute dabei und die verbinden sich dort. Und das muss man natürlich auch bewusst machen, dass es diese Verbindung gibt und dass das eine Verbindung ist gegen andere, die verursachen, dass sie so hohe Mieten bezahlen müssen oder dass sie so niedrige Löhne bekommen. Und deswegen muss man das antirassistische Wording, das wir brauchen, muss man mit konkreten Erfahrungen verbinden. Und das ist ein Kernpunkt natürlich verbindender Klassenpolitik. Ansonsten bin ich der Meinung, dass es völlig falsch ist, immer nur von sozial Verirrten zu reden, die nach rechts gehen. Sondern natürlich werden da auch rechte Ideologien, rassistische Ideologien eingesammelt. Und natürlich muss man die, die sich ungerecht behandelt fühlen und deswegen aus Protest AfD wählen, muss man versuchen anzusprechen und zu gewinnen, andere Erfahrungen mit ihnen zu sammeln. Aber nicht, indem man ihnen irgendwie entgegenkommt, in dieser Haltung, sondern da findet ja ein Kulturkampf statt. Ein Kampf um Ideologien. Und den muss man auch so führen. Und das geht nur, indem man ganz klare Kante gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus zeigt und definitiv begreift, dass man den Rechten weder die Stammtische noch die Betriebe, schon gar nicht die Betriebe, noch die Stadtteile überlassen hat. Und deswegen muss es überall Menschen geben, die, wenn blöde Witze erzählt werden, wenn über die gescholten wird, wenn rassistische Positionen vertreten werden, die dagegen halten. Sonst schleicht sich das wie ein Gift in die Gesellschaft ein. Und man merkt ja jetzt schon, wie öffentlich und auch im Fernsehen die Grenzüberschreitungen immer weniger skandalisiert werden. Die können die menschenverachtenden Dinge sagen und das löst keine Empörung mehr aus. Und deswegen müssen wir das Soziale mit einer klaren antirassistischen Haltung gegen Rechts verbinden und im Kampf die Entscheidung zwischen autoritärem Kapitalismus, wo Rassismus ein zentrales Element ist, guckt mal Trump an, guckt Orban an, guckt Erdogan an, das ist überall ein zentrales Element, müssen wir zu einer Auseinandersetzung links-rechts machen. Dem können nicht die bürgerlichen Kräfte widerstehen, auch nicht Merkel, sondern nur eine Kraft, die quasi eine klare Haltung mit einer klaren sozialen Politik verknüpft. Ich würde gerne gleich ins Publikum übergehen. Ich habe noch eine letzte Frage. Wir können jetzt erstmal zusammenfassen. Neue Klassenpolitik heißt antisexistische, antirassistische, verbindende, praktisch werdende Klassenpolitik, um es mal in einem Satz zusammenzuknoten. Jetzt fehlt noch eine Zuspitzung, finde ich. Und zwar ist sozusagen die Konferenz hier unter dem Motto Linke Woche der Zukunft gestaltet worden. Und bisher haben wir recht wenig darüber gesprochen, was eigentlich Zukunft bedeutet. Meine Frage ist so ein bisschen in eine Richtung gestellt, die eigentlich Klaus Dörre in einem Artikel vor ein paar Tagen auch stark gemacht hat. Und er sagt nämlich, glaubwürdige, ausstrahlungsfähige Alternativen zum Kapitalismus funktionieren nur dann, wenn wir eine Spielart der Klassenpolitik entwickeln, in der wir eben eine, jetzt habe ich es verdreht, Entschuldigung, er glaubt, nein, Entschuldigung, Klaus Dörre sagt, dass glaubwürdige, ausstrahlungsfähige Alternativen zum Kapitalismus entscheidend sind, weil ohne diese jede Spielart von Klassenpolitik zahn- und wirkungslos bleibt. Jetzt habe ich es richtig rumgesagt. Stimmt es? Wie wichtig ist die Formulierung konkreter Utopie in unserer Klassenpolitik, wie wichtig ist es darzustellen, dass es tatsächlich möglich ist, so etwas wie eine gesellschaftliche, grundlegende gesellschaftliche Umwälzung zu schaffen? Ich glaube, es ist inzwischen extrem wichtig, weil es, glaube ich, nichts mehr bringt, Zugeständnisse zu machen an Menschen, die ganz eindeutig nach rechts gehen, mit allem, was dann dazugehört, dass sie rassistisch werden, dass sie ausgrenzend argumentieren, ausgrenzend leben, bis hin zu so einem Klima, was dann in bestimmten Städten entsteht und es dann möglich ist, jemandem ins Gesicht zu schlagen, der einfach anders aussieht. Was in, wie gesagt, ich arbeite oft in Dresden, jetzt demnächst wieder und so, was da jederzeit passieren kann, wenn es dunkel ist. Und da war das so eine Phase jetzt in den letzten 10, 15 Jahren. Es gibt ja auch dieses Buch mit rechten Reden, was da mal rausgekommen ist. Das war so eine Phase, so ein Versuch auch zu sagen, wir müssen auf die zugehen und müssen mit denen reden. Und ich habe es wirklich gemacht und ich habe echt mit Hardcore-Typen gesprochen und waren meistens Männer. Und auch mit Leuten, die so in der Mitte hängen, die mal links wählen, mal rechts wählen, haltungslos sind, sich treiben lassen, opportunistisch reagieren, auch auf alle möglichen Impulse und bin auch jetzt inzwischen der Meinung, ist es jetzt die Zeit gekommen, wo man die Gegenposition stark machen muss und wo man zeigen muss, also hier ist die Grenze, erstens das und wir haben aber jenseits der Grenze etwas zu bieten. Das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, als ihnen nur hinterher zu laufen. Aber die Arbeit muss man sich dann jetzt machen. Die Arbeit muss man jetzt machen, man muss die Menschen versuchen dann, in den Foren, auf den Plätzen, da wo man sie, ihrer habhaft wird, von dem Gegenkonzept zu überzeugen. Und das Gegenkonzept heißt, ist halt eben ein inklusives und nicht ein ausgrenzendes Prinzip. Und diese Arbeit ist wahrscheinlich noch angeschränkter, als das, was man vorher gemacht hat. Aber die müssen wir machen, weil ansonsten geben wir dann die Öffentlichkeit auf. Also ich meine, sowas wie das, was in Chemnitz passiert ist, da hat quasi ja eine Stadt schon aufgegeben. Also wenn sowas möglich ist, dass Menschen geschlagen werden, durch eine Stadt gehetzt werden, die anders aussehen und Leute durch die Stadt brüllen und sagen, du gehörst hier nicht her und dann auch noch einen Verfassungsschutzchef haben, der sagt, das gab's gar nicht, obwohl jeder im Internet gucken kann. Und dann noch ein Innenminister, der den nicht entlässt und so. Ich meine, wir sind ja schon so weit gekommen, das ist ja schon so skandalös alles und so schlimm, dass wir, die wir ja auch noch mehr sind, also man hat ja, die einzig gute Nachricht ist ja, 83 Prozent haben nicht AfD gewählt oder noch mehr. Und die müssen aber zusammenkommen jetzt. Das ist ja eine viel größere Kraft. Und das ist so die Aufgabe, glaube ich, der nächsten Jahre. Wir müssen uns da ganz, ganz massiv wehren. aber gleichzeitig auch versuchen, den Kapitalismus in seiner Form jetzt abzuschaffen, weil der ist ja dafür verantwortlich. Das ist das Schlimme. Also, dass dann Merkel angegriffen wird von rechts und Merkel hat ja mit ihrer Politik, nicht mit dem, was sie über Geflüchtete gesagt hat, aber mit ihrer grundsätzlichen Politik, haben die ja erst diesen Rechtsdruck ermöglicht, die ganzen Jahre davor. Und das kann man ja, muss man immer wieder vermitteln und muss es klar machen und das ist viel Arbeit, aber vor der darf man sich jetzt nicht drücken. Man muss es machen. Um kurz zuzuspitzen, würdest du sagen, es ist in dem Sinne auch wichtig, wenn wir sagen, es ist entscheidend sozusagen auch dafür zu argumentieren, dass der Kapitalismus die Wurzel des Problems ist. Es ist trotzdem, dass es wichtig ist, in Gesprächen zu sagen, Kommunismus ist möglich? Ja, man muss, Kommunismus ist möglich, aber man muss immer sofort erklären, was man mit Kommunismus meint und dass man damit eine Idee meint, die noch nie umgesetzt worden ist in irgendeiner Form, so wie sie eigentlich umgesetzt werden müsste. Und es muss immer um eine demokratische Form gehen. Deswegen gefällt mir der Begriff demokratischer Sozialismus ganz gut, weil er impliziert, wenn ich damit nicht einverstanden bin, kann ich ihn wieder abwählen. Und das muss ja dann, Sozialismus muss ja dann auch abwählbar sein. Wenn er nicht einleuchtet, kann es ja nicht sein, dass da wieder so eine Partei kommt, die mir erzählt, oh 99,9 Prozent haben es schon wieder gestimmt. Das ist ja nicht wiederholbar, dieser Quatsch. Und insofern, das ist, glaube ich, das, woran man arbeiten muss. Und das finde ich auch eine Qualität dann an dem Buch, dass du das in dem letzten Kapitel dann beschreibst, dass du das immer ins Gesamtsystem stellst. Weil es nützt nichts, über Rassismus zu reden, wenn wir nicht über Kapitalismus reden. Es sind ja die Strukturen, in denen wir die kapitalistischen, in denen wir uns verirrt haben und die falsch sind. Und wenn wir da nicht grundsätzlich rangehen, ist es wie, wenn man eine Pflaster auf eine Leiche klebt. Und die Leiche ist die Leiche. Da gibt es nichts mehr zu kleben. Und da gibt es dann nichts mehr zu versorgen. Oder nicht eine Leiche, aber jemand, der im Sterben liegt, muss jetzt nicht mehr groß versorgt werden. Dann sollte man sich um was anderes kümmern oder was anderes hinlegen dann da. Statt dieses sterbende Dingsbums da, an dem da alle irgendwie noch rumdoktern. Und eigentlich ist es offensichtlich, dass es nicht funktioniert. Also man muss ja nur bei Klima anfangen. Und da sieht man ja, dass es nicht funktioniert. War das die Beantwortung der vorhin gesagt? Danke, danke, perfekt. Vielleicht ein letztes Wort von dir, Bernd. Wie ist das, was du formulierst, revolutionärer Realpolitik? Wir sind doch gar nicht im Stress, oder? Wir haben die ersten Stunde. Jetzt kommt das Publikum gleich. Ach so, ihr dürft auch noch mitreden. Das Volk vergessen. Das habe ich gedacht, wir hatten die ganze Zeit. Ja, ich bin da unbedingt dafür. Aber ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Rhetorik. Also Marx hat ja mal ganz gut gesagt, Kommunismus, ich wandle das immer um in Sozialismus, ist die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Die wirkliche Bewegung, also die Leute, die quasi das verwirklichen, dass sie den jetzigen Zustand aufheben und den anderen überführen. Das heißt, es ist nicht so quasi nur ein propagiertes Fernseh, Ziel, wo man sagt, da geht dann endlich die Sonne auf und kommt das Paradies am Horizont, sondern es muss ein Prozess sein, den die Leute selber führen. Und wo sie sich auch selber eine Vorstellung mit erarbeiten in den Kämpfen und Auseinandersetzungen, was denn den jetzigen Zustand aufheben soll und was denn dieser demokratische Sozialismus ist. Und natürlich muss man sich schon die Mühe machen, auch heute Vorstellungen und Ansätze dazu zu entwickeln. Das Zweite ist, dass Leute, die nie kämpfen, kaum ein Bedürfnis haben, so eine Vorstellung zu entwickeln. Sondern dass Leute, die anfangen, wenigstens mal um einen höheren Lohn zu kämpfen oder für bessere Arbeitsbedingungen oder bezahlbare Mieten, die kommen natürlich auch in ihren eigenen Erfahrungen an die Grenzen von diesem System. Also die merken, hoppla, da gibt es Immobilienspekulanten oder da gibt es Arbeitgeberverbände, die wehren sich dagegen, dass ich ein gutes Leben habe. Also da werden die Grenzen sichtbar und kann man auch leichter diskutieren, was man ändern müsste und dass man die Rahmenbedingungen ändern müsste. Leute, die sich nie bewegen, nie organisieren, werden schwer auf diesen Gedanken kommen. Außer es sind Intellektuelle oder die das über Bücher machen. Aber die meisten Menschen, die zur Arbeit gehen, verbinden das mit Erfahrungen, wo sie sich bewegen. Aber wir haben die Frage nicht beantwortet jetzt, die im Raum steht, wie kriegen wir die zusammen? Genau. Und diese Bewegung ist aber schon mal entscheidend, dass wir uns schon auch die Aufgabe machen, Leute zu organisieren und das zu befördern, jeder wo er ist, im Stadtteil, im Betrieb, im Ort, dass Leute sich organisieren und dass sie anfangen, für ihre Interessen zu kämpfen. Gerade eine wichtige Aufgabe linker Leute. Wir waren aber bei der Transformation, wie man das zusammenbringt, da gibt es viele Beispiele. Das kann man auch, man kann verschiedene Bewegungen sogar gleichzeitig zusammenbringen. Also ein gutes Beispiel war hier die Mieterdemo in Berlin. 25.000 oder 50.000, wo praktisch sowohl die Migrantenverbände aufgerufen haben, wie Gewerkschaften, wie Mieterinitiativen, wie prekäre Leute, wie ganz normale Durchschnittsverdienerinnen, die haben sich dort alle gefunden. Das war ein richtig gutes Beispiel. 200 oder 250 Organisationen aus dem migrantischen Flüchtlingsbereich, aus allen möglichen, aus dem feministischen Zusammenhang, die quasi gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Solche Sachen entstehen nicht von alleine, die muss man bewusst organisieren und vorantreiben, sodass diese Erfahrungen entstehen. Wir hatten zum Beispiel in Stuttgart gleichzeitig Streiks, war gar nicht zufällig, von Studierenden, Schülern und Erzieherinnen. Das war hochinteressant. Die haben für kostenlose Bildung protestiert und die Erzieherinnen vom besseren Lohn. Und wir hatten dann 10.000 Leute, 10.000 Erzieherinnen, Schüler und Studenten auf der Straße. Quasi die Mütter mit ihren Kindern zum Teil. Sind nebeneinander hergelaufen. Solche Erfahrungen zu organisieren, schafft diese Verbindungen. Die diskutieren dann auch ganz anders miteinander. Ivo war zum Beispiel dabei. Also es ist jetzt nicht so eine Geschichte einfach, sondern es sind viele Erfahrungen. Oder ich war mit Müllwägern im Streik in Straßburg. Es war hochinteressant, da man gegen diese Beugesteinrichtlinie Liberalisierung demonstriert. Du kannst dir gar nicht vorschnellen, wie schnell sich die belgischen, französischen und deutschen Müllwäger dort gefunden haben. Auf der Demo. Die sind sofort nebeneinander gestanden, konnten kaum ein Wort miteinander reden, weil sie keine gemeinsame Sprache hatten. Aber das hat ihnen richtig viel Spaß gemacht. Und das hat einen Tag gedauert, bis die Aktionsformen der Franzosen, nämlich mit lauten Sirenenwagen, die einen riesen Krach gemacht haben, auf der Demo zu sein, bis die in Stuttgart eingeführt wurden. Als sie zurückkamen, hat es einen Tag gedauert, bis diese Sirenenwagen mit einem riesen Krach beim Streik waren. Also das wäre ohne so eine Erfahrung nie möglich. Niemals. Und solche Möglichkeiten müssen wir schaffen. Jetzt noch ein Satz zur Transformation. Natürlich muss die Linke, das kann nur die Linke, diese konkreten Kämpfe verbinden mit einer weitergehenden politischen Perspektive gegen den Kapitalismus. nicht indem man es nur propagiert, das muss man auch machen, aufklären über die Zusammenhänge, sondern indem in verschiedenen Forderungen und Positionen sind auch transformatorische Elemente drin. Wenn du zum Beispiel eine gute Mietenpolitik machen willst, musst du die Immobilienkonzerne enteignen. Du musst genossenschaftlichen und öffentlichen Wohnraum schaffen. Damit stellst du die Eigentumsfrage, einen Kernpunkt im Kapitalismus. Wenn du quasi eine gute Pflege haben willst, eine gute Bildung, dann musst du dagegen sein, dass das privatisiert wird. Du musst quasi öffentliches Eigentum ausbauen gegen privates Eigentum. Und du musst sagen, das darf nicht marktwirtschaftlich organisiert werden. Folge hat er da ein gigantisch gutes Tribunal gegen das neoliberale Gesundheitssystem auf die Füße gestellt. Lohnt sich übrigens heute Abend unbedingt anzugucken. Dann stellst du aber Mechanismen von Markt und Wettbewerb in Frage, wenn du das gut machst. Und sagst, nee, hier muss quasi ein Sektor nach Bedarf organisiert werden. Also er muss ausgehen von den Bedürfnissen und Interessen der Leute. Das heißt, in bestimmten Elementen quasi verbindender Klassenpolitik sind schon transformatorische, also über den Kapitalismus reichende Positionierungen drin. Und ich glaube, die geht es voranzutreiben, deutlich zu machen und auszubauen. Und in diese Auseinandersetzungen mit einzubringen, weil, sagen wir mal, die Politik missionarisch durch die Welt zu gehen und den wahren Sozialismus zu propagieren, die Gruppen, die das gemacht haben seit 40 Jahren, sind doch ziemlich klein und nicht größer geworden und auch nicht erfolgreicher im Sozialismus. Deswegen bin ich sehr dafür, diese Fragen miteinander zu verbinden und im Übrigen auch deutlich zu machen, dass der gewerkschaftliche Kampf begrenzt ist und dass wir das überführen müssen und verbinden müssen, immer mit einem politischen Kampf. Du kannst nicht mehr mit Tarifverträgen alles regulieren. Du musst gesetzliche Regelungen durchsetzen. Das heißt, du musst quasi, wenn du Tarifbindung wieder herstellst, die Allgemeinverbindlichkeit erleichtern. Das sind politische Kämpfe. Also man muss im politischen Raum gehen und das heißt eben auch, dass wir heute immer mehr Fragen haben, wo wir auch in den Gewerkschaften diskutieren müssen, ihr müsst im politischen Raum gehen, sonst seid ihr völlig verratzt und habt überhaupt keine Chance mehr, Fortschritte zu erzielen. Und deswegen auch die Verbindung der konkreten Kämpfe mit dem politischen Kämpfen, ein ganz wichtiges Element. Danke. Ihr seid dran. Finger in die Höhe, wer was sagen möchte. Gibt es Fragen? Das habe ich mir gedacht. Dann fang du doch da vorne an. Ich weiß nicht, ob ihr ins Mikrofon sprechen müsst. Was sammeln? Vielleicht auch mal ein bisschen. Ja, wir sammeln erst mal ein paar Fragen und dann der junge Mann hier vorne rechts. Ich habe zwar nicht als erster gestreckt, aber ich fange jetzt an. Ich glaube, was uns Linken fehlt, ist noch mehr Herzblut. Das Herzblut, das uns fehlt, eine positive Erzählung zu geben, weil ich denke, demokratischer Sozialismus, die Menschen wollen spüren, sie wollen fühlen, was wir damit meinen. Und da sind wir oft viel zu abstrakt. Und was Volker Lösch zum Teil schon formuliert hat, die Rede in der Volksbühne hat mich begeistert damals. Es zu vermitteln, der Kampf der Krankenschwester oder der Pflegerin und der Kampf von mir als Ingenieur, das ist ein gemeinsamer Kampf gegen die Ausbeutungsmechanismen. Und die positive Erzählung ist einfach, dass wir aufzeigen, wie die Welt aussehen könnte, aber nur, wie du, Bernd, gerade gesagt hast, wenn die Leute das mit uns gemeinsam entwickeln, wie die Welt aussehen soll. Nicht als Buch von oben runter, sondern gemeinsam entwickeln. Dann hatte sich links jemand gemeldet. Ja, was mir in den letzten 25 Jahren deutlich gefehlt hat, ist eine öffentliche Auseinandersetzung der Linken. Und damit meine ich jetzt auch die SPD, meinetwegen auch die Grünen und auch der Linkspartei, über die historische Geschichte des Sozialismus und die Probleme, die damit verbunden sind. Man kann heute am Ende des Anfangs des 21. Jahrhunderts nicht mehr über den Sozialismus, Kommunismus so reden, wie am Anfang des 19. Jahrhunderts. Es liegen historische Erfahrungen vor. Und zwar in einer grausamen Art und Weise. Das muss aktualisiert werden. Und das müsste in der Öffentlichkeit aktualisiert werden. Wir müssen von falschen Strukturen reden, die stattgefunden haben, von falschen Elementen. Als etwas, was heute hier auch so debattiert worden ist, fällt mir auf, wenn ich zum Beispiel Lenins was tun lese. Da wird genau dieser Konflikt, den er auch angesprochen hat, wieder aktualisiert. Lenin spricht auf der einen Seite davon, dass die Partei quasi immer recht hat, dass Kaderschmieden gemacht werden müssen, die genau das richtige Bewusstsein von Sozialismus haben. Und auf der anderen Seite sind es die Tretunionisten, die Wessis quasi heute, die Spontanität haben, die Anarchos sind, die spontane Streiks machen, aber die nicht fähig sind, sozialistisch denken zu können. Die das Ganze auch nicht sehen können. Und diese Spaltung, diese Spaltung zwischen Evolution und Revolution, zwischen Sozialdemokraten, die evolutionär sind, und Parteikadern, die autoritär sind, diese Spaltung muss aufgehoben werden. Da muss eine andere politische Kultur an den Tag kommen. Und da ist versäumt worden, nach dem Fall der Mauer, dass sich die Linke gemeinsam zusammensetzt. Und mit Linke, sage ich noch einmal, meine ich auch Sozialdemokraten. Gemeinsam an einen Tisch sitzt und diese historischen Erfahrungen aufarbeitet. Keine Zwangsvereinigung, wie das drüben im Osten war, und Vertuschung der realen Probleme im Realsozialismus. Das darf nicht sein. Das muss aktualisiert werden. Die Menschheit hat heute Angst vor dem Sozialismus. Das ist in den Köpfen drin, weil bestimmte Erfahrungen gemacht worden sind. Es gab auch einen Nationalsozialismus. Das ist auch nicht verarbeitet worden. Das muss auch aktualisiert und verarbeitet werden. Dann hatte sich ganz hinten jemand gemeldet. Ja, ich möchte auch so zwei Sachen was sagen. Erstens finde ich auch, dass die Linke viel mit Schlagwörtern rumschmeißt. Ob das jetzt Sozialismus ist, oder Kapitalismus, oder Kampf, und so weiter. Das stelle ich mich als Volker auch an. Ich finde, wir müssen viel mehr sagen, wie konkret das eigentlich aussehen sollte in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft. Wie wird da eigentlich produziert? Wie wird das verteilt? Wie ist da die Bildung? Und vor allen Dingen, ganz wichtig, immer im Zusammenhang, warum du dann weniger Ängste hast. Warum in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft du weniger Ängste hast. Warum du da Spaß hast. Warum nicht geil ist, in einer anderen Gesellschaft, in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft. Und da finde ich, da hapert es einfach. Ich war eben bei vielen Kongressen, auch seit mehreren Jahren, das ist immer nur gegen, gegen, gegen. Oder Revolution, und tritt mal hier als FV ein, oder da ein Mitgliedsbeitrag, das alles. Und das, finde ich, ist ein bisschen wenig, und damit können wir auch keinen hinterm Ofen vorlocken. Und deswegen finde ich eben so eine Sache, auch wie das Tribunal, das Krankheitstribunal richtig, wo auch andere Formen gefunden werden. Weil Kämpfen, du sagst, verbinden, was hast du gerade gesagt, Bernd, das globale, mit dem gewerkschaftlichen Kämpfen verbinden. Die Leute wollen ja nicht kämpfen, die wollen was Geiles haben und Spaß haben, und dass es ihnen besser geht. Und da, finde ich, da müssen wir irgendwie an den Fühlen ansetzen. Und da ist zum Beispiel, wenn die in so ein Theater gehen, wo sie zum ersten Mal mit jemandem konfrontiert werden, wo sie aber auch ihren Spaß bei haben, das wird viel mehr bringen. Oder wie ich das versucht habe, einen Utopie-Kongress zu veranstalten vor ein paar Wochen, wird in Form von einem Fußballspiel, wo die Referendare, das ist immer das Übliche, die halten dann einen halbischen Vortrag, man schläft meistens ein oder versucht, die konzentrieren, dann werden ein paar Alibi-Fragen gestellt, so wie jetzt, und dann geht das wieder weiter, dass die Referenten da wieder was machen. Das erlebe ich jetzt schon seit, ich weiß nicht, drei, vier Jahren, wo ich so seit ich in Kongressen gehe, Sozialismus-Tarung, wie sie alle heißen, und wenn das ein großer Erfolg ist, dann sind das 600 Leute wieder, oder 400 Leute, das Mikro ist jetzt auch weg, 400 Leute, die halt daran teilgenommen haben. Das sind dann auch immer die Gleichen, die ich dann auf diesen Kongressen sehe, ja, aber die Leute erreichen wir nicht, die Leute auf der Straße erreichen wir nicht, und die werden bei so einer, wie gesagt, ich habe da versucht, mit dem ehem Tag, und die Resonanz, die kam, die haben gesagt, die haben vier Stunden lang mit Unterbrechung zugehört, zugehört, warum? Weil sie was gewinnen konnten. Sie, wenn sie den von Referenten, war auch mit Publikumsbeteiligung, wie das gestern bei dir war, oder vorgestern, nun steht mal auf, ihr müsst entscheiden, oder wie doch, ursprünglich beim Kapitalismus-Tribunal war in Wien, dass das Publikum sozusagen entscheidet, welche Position besser ist von dem Reden, ob es jetzt sozusagen du besser überzeugender hast, oder du, dass das Publikum einbezogen wird, und das in Form von einem Fußballspiel war, wo du vorher wetten sollst, wer winnt eigentlich das Rededuell, du oder du, das war also, ich bin gleich fertig, das war also eine Form, wo mich die Leute, die, die sich daran beteiligt haben, die Öffentlichkeit leider wie Volker und die Verbindung jetzt, hat zwar auch jetzt stattdessen von dem Saal, aber wie gesagt, ich hatte nicht die Verbindung und auch nicht die finanziellen Mittel, auf jeden Fall, die paar Leute, die daran teilgenommen haben, die haben gesagt, die haben eben daran teilgenommen, weil sie auch ihre Wunschmusik, und das ist ja zwischendurch Wunschmusik einspielen, nee, und du konntest was gewinnen, und dadurch bist du dran geblieben, und Leute, die sich vorher mit Utopien und nicht kapitalistischen Gesellschaften nicht beschäftigt haben, die fanden toll, dass sie eben da einbezogen werden, dass sie mitbestimmen können, und dass es eben äußerlich umgesetzt worden ist in Form von Tore schießen, das Publikum hat entschieden, ob ein Tor war, Elfmeter schießen wir auch und so weiter, ja. Wir haben noch eine andere Meldung. Genau, und deswegen, finde ich, müssen wir auch andere Formen finden, und so, was mit Volker da macht, und was hier gewesen ist, finde ich gut, das müsste mehr nach außen getragen werden, um dann Leute auf eine andere Form halt einzubinden, in unsere guten Ideen. Danke. Dann hatte sich hier vorne die Dame auf der rechten Seite gemeldet. Oh, und sie habe ich auch. Die Dame auf der rechten Seite, nochmal die Hand hoch, genau. Ja, ich kann das eben Gesagte eigentlich nur unterstreichen, möchte das aber noch erweitern. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, ja, Parteiprogramm, was habt ihr denn, was schreibt ihr denn? Das Parteiprogramm ist leider so formuliert, dass es jemand, der nicht in der Linken groß geworden ist, überhaupt nicht versteht. Und da kann man noch so sehr Kritik äußern und sagen, wir müssen eine normale Sprache sprechen, auch in einem Programm, ob es nun Wahlprogramm oder Parteiprogramm ist. Wir müssen eine Sprache sprechen, die der normale Verbraucher, der nicht zur Linken gehört, direkt verstehen kann, ohne dass man ihm gleich drei Stunden was erklären muss. Der den Satz liest und sagt, aha, ich weiß Bescheid. So muss es formuliert sein. Und wir dürfen uns nicht immer darauf einlassen, dass sich dann irgendwelche Genossen dahingehend begeben. Das ist alles nicht professionell genug. Das muss man noch professioneller machen. Nicht im Sinne von verständlich, sondern im Sinne von althergebrachter sozialistischer Terminologie. Und das müssen wir abstreifen. Das ist mir ganz wichtig, weil das wirklich das ist, was bei den Leuten im Hinterkopf dann hängen bleibt und ankommt. Wir haben noch zwei Meldungen. Streiken und andere auch nicht. Also von daher und natürlich braucht eine linke Kultur. Im Übrigen auch die Leute, die kämpfen, brauchen Kultur. Und dazu gehören auch neue Formen. Aber das steht doch nicht gegeneinander. Es ist im Übrigen auch hochinteressant. Also wer viele Streiks angeführt hat, ich beschreibe das auch ein bisschen. Die Streikenden entwickeln auch Kultur. Also was ich erlebt habe, was dort an Gesängen, Liedern, Sketchen und Aktionsformen entstanden ist und auf die Straße getragen wurde, war dermaßen fantasievoll. Und gut, das sind auch richtige Talente, die richtige Raps entwickelt haben, auf Streiktexte und die Forderungen umgesetzt haben. Da entsteht auch eine Alltagskultur, die man befördern muss. Und ich glaube, die professionelle Kultur sollte auch diese Alltagskultur befördern. Also das praktisch ermöglichen, dass die Leute Ausdrucksformen für ihre Kämpfe finden. Und natürlich braucht man eine Sprache, die jeder versteht, aber das wird niemals gelingen, das in ein Parteiprogramm zu bringen. Da muss man dann andere Ausdrucksformen haben. Weil wenn du demokratisch vorgehst, wird jeder Parteientwurf, der gut geschrieben ist, hinterher nicht mehr gut geschrieben sein. Weil der muss eben durch tausend Anträge, die dann... Entschuldigung, ich habe das aber den vorletzten Beitrag gar nicht so verstanden, dass das eine gegen das andere steht, sondern es war nur eine Kritik daran. Er hat gesagt, die Leute wollen nicht kämpfen. Und das stimmt natürlich nicht. Nein, ich habe es aber so verstanden, und das wiederum verstehe ich total, ich komme ja, wie gesagt, von außen, dass bestimmte Inhalte, die total richtig sind und die wirklich mehr Leute, glaube ich, vertreten und denken, als die 10% die Linke wählen, dass die einfach so uninteressant und unsinnlich vermittelt werden, dass man einfach viel mehr Leute abholen könnte, vor allem jüngere Leute, wenn die Art der Veranstaltungen, in denen das präsentiert, andere wären, wenn es auch andere Orte wären. Also nennen wir mal diese Veranstaltung hier jetzt. Man guckt sich dieses Heft an und das sind extrem interessante Beiträge. Also wenn ich das auswählen müsste, ich habe leider nicht die Zeit, mir das alles anzuhören, hätte ich schon das Problem, von vier parallel laufenden Sachen mich für eine zu entscheiden, weil ich gerne alle vier sehen möchte. Jetzt findet es aber hier statt. Dieser Ort ist relativ unbekannt in Berlin, er liegt auch ein bisschen außerhalb und er ist jetzt so, dass sich hier immer doch wieder dieselben Leute sammeln. Aber das Potenzial wäre doch da für zwei, für drei, für vier, für 5.000 Leute, die sowas gucken könnten. Also mal darüber nachzudenken, ob man das mal anders präsentiert, an einem anderen Ort macht und versucht auch noch andere Leute hierher zu bekommen, das fände ich einen wichtigen Punkt, einen total wichtigen Punkt, weil ich finde das auch so verschenkte Energie für tolle Leute, die tolle Beiträge leisten, die teilweise aus ganz Europa kommen. Hier sind, beim Marx-Kongress war es genauso, da waren Veranstaltungen, das war ein sensationelles Thema, tolle Leute aus Kanada, aus sonst was, es sind drei Leute drin bei so Sachen und es hat auch etwas mit dem Ort zu tun, es hat auch etwas mit der Präsentation zu tun, mit mangelnder Werbung, mit einer ganz schlechten Öffentlichkeitsarbeit, wie ich finde, da findet nichts statt in den Zeitungen, man sieht es, es ist nicht da, da wird jedes Drittligaspiel besser promotet als so eine Veranstaltung und da ist einiges zu tun, Bernd, echt, da ist echt viel zu tun. Ja, da stimme ich, wenn es so gemeint ist, würde das, gut, dann kann ich das voll unterstreiten, da ist tatsächlich, verwenden wir 90% unserer Kraft für das Programmheft und 10% für die Werbung. Das Programmheft liegt viel zu spät da. Genau, und hat auch etwas mit Ressourcen zu tun, manchmal auch mit Geld, aber das stimmt, wir brauchen viel mehr Energie, wie wir was vermitteln und wie wir was übermitteln und wie wir kommunizieren, braucht man auch viel mehr Austausch mit Leuten, die das können. Das teile ich voll. Aber wie gesagt, ich bin dafür, das nicht gegen die Kämpfe zu stellen, sondern das ist Bestandteil davon und muss Bestandteil linker Politik werden. Das ist auch natürlich dicke Bretter bohren, wenn du eben eine Partei, hat natürlich immer auch was Bürokratisches, die hat ein Apparat, die hat eine gewisse Tradition und selbst für Vorsitzende ist das ein harter Kampf, da bestimmte Dinge zu durchbrechen und Neuerungen einzuführen, mehr Kampagnearbeit zu machen, mehr offene Kommunikation zu organisieren, mehr Kultur einzubringen, aber das halte ich alles für richtig. Ich wollte noch auf die Frage historischer Sozialismus und Lenin kurz eingehen, die Sache mit Herzblut und dass man auch so konkrete Visionen aufzeigen muss, teile ich voll. Wir dürfen nicht so etwas Sauertöpfisches ständig ausstrahlen, wie wenn die ganze Welt nur eine Plage wäre, sondern wir müssen auch Hoffnungsträger sein. Und das hat viel was mit unserem Habitus zu tun, dass wir irgendwie nicht ausstrahlen, die Welt ist da, um sie zu verändern, um verändert zu werden und Lust auf diese Veränderung zu machen und auch Lust auf die vielen Sachen. Aber wir kommen da ein Stück weiter. Und mit dem historischen Sozialismus bin ich unbedingt dafür, vor allen Dingen der Kern, also der Unterschied zwischen dem leninistischen Ansatz und unserem Ansatz heute, ist das natürlich, man muss das immer in der historischen Zeit sehen. Da war natürlich keine Arbeiterklasse in dem Sinn da und auch keine Organisation, Es waren Berufsrevolutionäre da, die auf Bauernmassen und eine kleine Arbeiterschaft gestoßen sind. Und in dieser Phase ist das entstanden. Quasi die Partei hat Recht und muss quasi diese Massen zur Revolution führen. Die Probleme sind dann hinterher gekommen aus diesem Modell. Es ist ein verständliches Modell für die damalige Zeit, aber keines, das wir heute nehmen sollten, sondern, das ist mir auch ziemlich wichtig, wenn man heute sozialistische Politik machen muss, unterscheidet uns im Übrigen auch von dieser Aufstehen-Geschichte, dann geht es nicht stellvertretend. Es geht nicht, dass wir quasi sagen, wählt uns, dann wird schon alles anders oder wir sagen euch, wo es lang geht. Sondern das heißt, dass wir die Selbstermächtigung und Selbstorganisierung der Menschen befördern müssen. Das heißt, wir müssen ihnen sagen, was übrigens, finde ich, Bernie Sanders und Corbyn hervorragend gemacht haben. Wir haben immer gesagt, ich kann es nicht allein machen. Ich kann es nicht machen. Wir brauchen euch, eure Aktivität. Und dass die Leute aktiv sind und nicht beteiligt sind und nicht mitsprechen, über was sie was machen, geht nicht. Es geht keine Beteiligung ohne Partizipation. Partizipation. Und keine Bewegung ohne die Partizipation der Leute. Deswegen muss sozialistische Politik immer im hohen Grad auf die Menschen setzen, die nicht Objekte unserer Politik sein dürfen. Sondern sie müssen Subjekte der Politik sein. Sie müssen sich selber ermächtigen und wir müssen vorantreiben, dass, da hat Herr Lenin was Gutes gesagt, dass auch die Putzfrau den Staat führen kann. Also, dass wir nicht irgendwie so tun, wie wenn wir das stellvertretend für die Menschen machen. Das wäre ein großer Fehler. Und geht hinter den Grad der Emanzipationsmöglichkeiten zurück, den wir heute haben. Ich hatte jetzt noch zwei Meldungen. Geht das? Da hinten war noch eine Meldung und in der Mitte war noch eine Meldung. Ah, unten. Dann nehmen wir noch so drei, vier Meldungen ran und dann kommen wir zum Ende. Da fange ich an. Das, was der Aare, hat die Aadermann gesagt. Kann ich also wunderbar unterstützen, aber ich habe eine einzige andere Meinung dazu. Das ist die Frage der Begriffe. Ich bin eigentlich ganz froh, dass Begriff Klassenkampf wieder in die Partei zurückkehrt. Wir haben ja die letzten 20 Jahre sehr wenig mit diesen Begriffen geführt. Und ich verstehe die Argumentation, die Sie vorgebracht haben. Aber ich denke mal, mit diesen Begriffen können wir auch einen neuen Aufschwung in die Partei reinbringen. Mich hat sowas angegotzt mit Begriffen wie Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder was alles an ihre Berechnung kam. Aber wir gehören doch nicht in die Partei rein. Und was ist denn das anders? Wenn ich jetzt jemandem erkläre, das, was die herrschende Klasse mit uns macht, ist nichts anderes als Klassenkampf von oben. Und das versteht der einfache Mensch. Da brauche ich genau einen Begriff zu erklären. Und ich denke, das müssten wir den Menschen an bestimmten Sätzen immer mal wieder deutlich machen. Das ist Klassenkampf von oben. Und eine letzte Bemerkung, die zwei Vorredner. Das kann man ja beklagen, dass so wenig Leute da sind. Aber eigentlich habe ich meinen Besuch dieser Veranstaltung auch so gesehen, ich will da ganz bescheiden bleiben, aber gewissermaßen als Multiplikator. Ich bin für meinen Kreis, also ich habe mich dort angemeldet, ich kriege sogar das Fahrgeld bezahlt. Kriegen nicht alle. Das heißt aber gleich die Verpflichtung, dass ich bemüht sein werde, eine gründliche Auswertung vorzunehmen und auf bestimmte Tendenzen aufmerksam zu machen. Und ich sage ganz offen, da bin ich Ihnen zum Vorsitzenden dankbar, mit diesen Begriffen, Klassenpolitik, Klassenkampf, Klassenbewusstsein, werde ich hausieren gehen. Ja, also ich kann mich meinem Vorredner da nur anschließen, ich sehe das auch so. Herr Lösch, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, Sie haben gesagt, man braucht neue Begriffe, aber an was für neue Begriffe denken Sie denn? Weil Klassenpolitik, Klassenkampf, benennt es doch eigentlich bei dem, was es ist. Es ist nun mal ein Klassenkampf. Wir haben die Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber und das sind zwei unterschiedliche Klassen. Ich weiß jetzt nicht an, was für alternative Begriffe Sie da denken, weil damit erreicht man doch auch das Volk. Ich meine, Sie haben auch davon gesprochen, dass man zu wenig Werbung macht, die Linke, aber gerade durch solche impulsiven Begriffe erreicht man die Leute doch viel besser, wie als wenn man jetzt irgendwelche anderen langen Parolen auf irgendwelche Plakate schmacht. Gar keine Parolen, das ist ja genau der Fehler und ich widerspreche Ihnen da, das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist eben, dass man das Volk, das gibt es schon mal gar nicht, das Volk, sondern es gibt bestimmte Leute, die bestimmte Interessen haben und mit denen kann man sehr gut über Widerstand, über Demonstrationen, über Dinge reden, die Veränderungen implizieren, ohne diesen Begriff zu verwenden. Man muss diese Begriffe nicht verwenden. Ich weiß aus Erfahrungen, vor allen Dingen mit jüngeren Leuten, dass immer wenn diese Begriffe fallen, die Rohrläden runtergehen, weil diese Begriffe in Bezug auf bestimmte politische Situationen gestellt werden, das ist meine Erfahrung. Also ich mache das ja schon ein paar Jahre und dass das innerhalb von einer Partei debattiert wird, ist so ganz klar, aber ich bin nicht in einer Partei und das ist nicht mein Problem und auch nicht mein Thema. Was ihr in einer Partei debattiert oder was in Büchern steht, das natürlich kann man das weiterverwenden, das ist so ganz klar, dass Klassenkampf als Begriff weiter besteht und dass das ein konstituierendes Element ist in einer Partei und eine Partei beflügelt jahrzehntelang das gar nicht so debattiert hat oder nicht im Zentrum stehen hatte. Na klar, aber ich arbeite draußen, ich bin vor Ort und arbeite mit sozialen Gruppen und ich merke, dass das Interesse sofort immer zurückgeht, wenn Begriffe kommen, die auf eine Art und Weise nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Der Begriff zum Beispiel Proletariat ist definitiv nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Den brauchst du gar nicht in den Mund zu nehmen in bestimmten Bereichen. Da rollen die Augen, da gehen die Leute raus. Also man muss sich die Arbeit schon machen. Also die Zeit schreitet ja fort und man muss sich schon die Arbeit machen, zu versuchen, Begriffe entweder zu vermeiden oder neue zu erfinden für andere Situationen. Wir sind in einer anderen Situation. Es gibt nicht mehr das Proletariat. Ja, das verstehe ich schon, aber es ist doch das Volk. Es ist doch die Bevölkerung und es ist auch ein Klassenkampf. Wer bitte ist das Volk? Sind das alle oder was? Ja, na klar. Wer ist das Volk? Aber man kann doch nicht alle ansprechen. Es gibt doch tausend verschiedene soziale Gruppen. Es gibt unterschiedlichste Biografien. Es gibt Superreiche. Es gibt ganz Arme. Und das dann wieder der Klassenkampf. Ja, aber das Volk, da fängt es ja schon an. Ja, also ich bin Volker, okay. Aber das Volk, ich weiß nicht, also ich habe es da gerne konkreter. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten rede, zum Beispiel die bei Fudora arbeiten, dann rede ich mit den Leuten, die bei Fudora sind. Und dann erzähle ich denen aber nichts vom Volk, weil ich erzähle ihnen das von Leuten, die ausgebeutet werden wie Sie, die so wenig Geld bekommen wie Sie und versuche klarzumachen, die Altenpflegerin oder der Pizzabote oder der DHL-Fahrer kriegt genauso wenig Geld wie du, warum tut ihr euch nicht zusammen? Wieso kämpft ihr nicht für gemeinsame Perspektiven? Vermeide aber das Wort Volk an dieser Stelle. Aber an was für Begriffe denken Sie denn? Weil ich meine, wenn man da jetzt mit Pizzabote oder keine Ahnung reinigt. Entschuldige, ich brauche den Begriff gar nicht. Ich brauche den Begriff nicht. Bernd probiert noch eine Brücke zu schlagen. Vorher würde ich gerne noch da hinten eine Meldung dran nehmen und dann kommen wir sozusagen zum Schlusswort. Dann kannst du vielleicht auch noch mal darauf antworten, auf die Frage oder Statement. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich diese sehr spannende Diskussion unterbreche. Aber ich möchte noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, eine Frage stellen. Und zwar, genau, so ein bisschen geschenkt. Ich finde das Konzept klasse. Ich habe es mit dir in Baden-Württemberg und im Bund erlebt bei der Linken, dass das, genau, total erfolgreiche Anknüpfungspunkte hat, ob beim SUE-Streik, ob beim Krankenhausstreik. Ich möchte aber trotzdem so ein bisschen drauf raus, Klassenpolitik nehmen gerade viele Linke europaweit, weltweit in den Mund. Ich finde, sie machen auch eine tolle Praxis. Du hast Corbyn, du hast Sanders genannt. Trotzdem mal einen Schritt weiter gedacht, zugegeben ein bisschen arg weit. Aber was kommt denn dann? Ich finde, wir haben ja schon das Problem sozusagen bei Corbyn und Sanders. Das Ergebnis, was rauskommen soll bei der Politik, die sie betreiben, ist eine Regierungsperspektive. Also ist, genau, Corbyn soll Ministerpräsident werden, Sanders soll Präsident werden. Was in meinem Verständnis nichts mit Klassenpolitik zu tun haben werden kann auf die Dauer. Also es wird darauf hinauslaufen, dass sie in diesen Regierungen die Klasse eher verraten werden müssen, bei allen guten Absichten. Und da würde mich mal interessieren, deine Sicht darauf, auf diesen Widerspruch zwischen, wir machen eine geile, verbindende Klassenpolitik im Hier und Jetzt, aber was bieten wir den Leuten dann an? Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Erfolg von Aufstehen, auch wenn ich es persönlich überhaupt nicht mag. Aber der Erfolg ist, glaube ich, schon ein Stück weit der, dass sozusagen eine Perspektive geboten wird. Genau, wir haben eine neue linke Machtperspektive. Vielleicht sogar mit Sarah Wagnächt als Kanzlerin. Keine Ahnung, was sie sich da erträumen und vorstellen. Ist ja egal. Aber ich glaube, sie haben irgendwie ein Bild davon. Da kommen wir hin. Und genau, da würde mich deine Sicht, Bernd, einfach nochmal so ein bisschen interessieren auf diesen Widerspruch. Damit gebe ich nochmal zurück an euch und dann machen wir Waren alle Fragen. Hab keine Hand übersehen, oder? Gut. Doch, da. Oh Gott, oh Gott. Als erstes wollte ich noch ganz kurz sagen, dass Berlin-Ostbahnhof nicht außerhalb von Berlin liegt. Und ich glaube, also was so meine Wahrnehmung ist im Umgang mit Menschen, ist so, dass so ein krasses Grundbedürfnis so Verständnis ist. Und dass, wenn Menschen das Gefühl haben, verstanden zu werden, sie super offen für neue Sachen sind. Und ich weiß nicht, ob wir die Aufgabe wirklich einer Partei oder einzelnen Personen geben können, dass Menschen dieses Gefühl haben. Weil wenn wir jemandem sagen, du hast das und das Problem oder musst du das und das machen, ich glaube, da verlieren wir so voll den Zugang zueinander. Und ich weiß nicht, ich sehe das auch so ein bisschen in dieser Multiplikatoren-Perspektive. Also ich glaube, es ist wichtig, es einander zuzuhören und so auf Augenhöhe zu begegnen und nicht irgendwie auf Sachen zu schimpfen, die gerade irgendwie nicht zu funktionieren in der Partei oder so. Also ich, ja, das ist so meine Message, die ich gerade noch so mitgeben wollte. Genau. Dann zurück an euch. Kleine Schlussworte. Ja, also erstmal zur Brücke. Natürlich würde ich Volker insofern recht geben, dass ich auch nicht, wenn ihr mit einer Beschäftigten redet, sagt, ihr seid eine Klasse, sondern ich würde erstmal sagen, was sind eure Interessen und wie könnt ihr euch organisieren und wie können wir da dafür eine Sprache finden. Aber natürlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Begriffe sich ändern und zugänglich sind, wenn die Leute andere Erfahrungen machen. Also ich, als ich angefangen habe, da waren ja glaube ich viele, die hier sind noch gar nicht auf der Welt, also 1971 bei der Bausparkasse mit der Lehre, konntest du den Begriff Kapital, Kapitalismus, überhaupt nicht in den Mund nehmen. Auch nicht Interessengegensätze, sondern es war ein vollkommen sozial-partnerschaftliches Milieu und wenn der Vorstandsvorsitzende für den Betriebsrat kandidiert hätte, hätte er am meisten Stimmen gekriegt. Also es war alle in einem Boot und Konflikte waren eher verpönt. Wenn du da heute hinkommst, kannst du von Kapitalismus reden. Zumindest mal von Finanzkapitalismus. oder nach der Finanzkrise bin ich in vielen Gemeinden eingeladen worden, also 2008 glaube ich, die gesagt haben, jetzt wollen wir mal gar nichts hören über so konkretes Zeug, sondern erklär uns mal die Finanzkrise. Und das waren die besten Personalversammlungen, oft konservativ im Land, wenn du erklärt hast, was hier gerade eigentlich passiert mit diesem Finanzcrash und auf einmal kommst du über Finanzkapitalismus mit denen diskutieren und die haben zugehört. Also die Begriffe ändern sich auch oder der Zugang zu Begriffen und die Identifizierung damit, wobei ich überhaupt nichts dagegen habe, wenn man auch neue Begriffe entwickelt. Aber ich glaube jetzt gar nicht, dass man über Arbeiterinnenklasse nicht reden könnte oder so. Aber natürlich gibt es da viele Zwischenstationen, die man einschlagen muss und ich glaube, dass man nicht so ein widerspruchsgebildeter aufbauen braucht. Die Frage der Regierung, ich meine, natürlich geht es irgendwann auch um eine linke Regierung. Also ich meine, Sozialismus heißt ja schon auch, dass du den Staat übernimmst. Außer du denkst, das wird in einem revolutionären Akt weggefegt und danach kommt dann der große Prozess. Das bezweifle ich, dass wir da davor sind. Aber ich würde jetzt gerade sagen, wenn die Linke eine Regierung einginge, würde sie scheitern. Weil du kannst grundsätzlich nur unter zwei Bedingungen eine Regierung eingehen. Das erste ist, dass du ein wirkliches Programm der Verbesserung hast und das auch gemacht wird. Also wenn wir eine Regierung eingehen, wo quasi nur so kleine Fortschritte wären wie jetzt, bei der Großen Koalition zum Beispiel, plus 20 Prozent oder was weiß ich, würden wir scheitern. Weil mit der Linken wird verbunden, es muss sich grundlegend was ändern. Wenn sich grundlegend nichts ändert und du das nicht durchsetzen kannst mit 10 Prozent, sollst du lieber die Finger davon lassen und gucken, dass du 15 oder 20 kriegst. Das Zweite, mindestens genauso Wichtige, und da sind wir bei der verbindenden Klassenpolitik, die Verhältnisse werden nicht nur in der Regierung oder im Parlament verändert. Die Gesellschaft, das ist der gesellschaftliche Überbau. Es gibt einen gesellschaftlichen Unterbau. Die Ökonomie, wie Leute ihre ökonomischen Interessen durchsetzen können, das kann heute das Kapital viel besser wie andere. Also wirtschaftliche Macht schlägt da immer auch in politische Macht um. Das heißt, die Kräfteverhältnisse werden ganz stark davon geprägt, was findet denn in der Gesellschaft selber statt? Wie viele Streiks finden statt? Wie viele Demonstrationen? Gibt es eine Linksbewegung der Bevölkerung? Und das ist der Teil, der entscheidend ist. Eine Linke kann erst dann regieren, nach meinem Dafürhalten, wenn es quasi Unterstützung von der Straße gibt und von der Bevölkerung. Wenn man nur vorstellt, wir würden, also ich habe mal ein bisschen erlebt, bei den Grünen, als die diese lächerliche Vermögensteuer, die sie da konzipiert hatten, das war nicht mal eine regelmäßige, sondern eingebracht hatten, hatten sie auf einmal die ganzen Medien gegen sich. Und die haben dann wirklich eine Kampagne gemacht, um Pädophilendebatte mit Trittin und anderen. Sie haben geschafft, die Grünen ziemlich weit runter zu bringen. Nicht wegen der Pädophilendebatte und auch nicht wegen dem WGD, sondern weil sie als bürgerliche Partei gewagt hatten, ein bisschen mehr Steuer von dem Bürgerlichen zu verlangen. Wenn man sich mal vorstellt, unser Konzept der Vermögensteuer und unser Umverteilungskonzept wäre Gegenstand von Koalitionsverhandlungen, ernsthafter Gegenstand, nicht irgendwie zum Verschachern. Was da los wäre in der Gesellschaft, welcher konzertierte Akte der Kapitalseite stattfinden würde, die würden den Teufel an die Wand malen, der Untergang des Abendlandes wäre noch das Geringste dagegen. Die ganzen Arbeitsplätze würden nach was der Teufel wohl verlagert, alles... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ab Technologies neben Wahlen zu gewinnen, muss sie genau diesen Prozess mitorganisieren. Die gesellschaftliche Kräfteverschiebung in der Gesellschaft. Und das sind für mich Klassenkämpfe und sind für mich verbindende Klassenpolitik, die wir da brauchen, nicht mit dem Begriff rausgehen, sondern wie du es beschrieben hast, es machen. Und dadurch Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft ändern. Und das ist eine wichtige Aufgabe und jeder, der dort Abkürzungen verspricht, wird natürlich die Leute enttäuschen, dass man meint, man könnte irgendwie suggerieren, das machen wir dann schon stellvertretend und wenn nur ich gewählt werde oder die oder die, dann wird es passieren. Das wird sie zurückholen, das sieht man ja selbst in Lateinamerika, wie quasi nur kurzfristig solche Politikelemente wirken können. Wenn du nachhaltig die Gesellschaft veränderst, musst du schon ein bisschen mehr auf die Füße bringen, als nur irgendwelche Wahlversprechungen zu machen. Ja, vielleicht zum Abschluss zu dem Thema nochmal, ich glaube, bevor wir jetzt in der Öffentlichkeit, bevor wir über Klassenkampf und Revolution reden, müssen wir glaube ich erst bei ganz, ganz vielen Menschen, wie auch immer, und ich weiß nicht genau, wie das gehen soll, Bewusstsein erzeugen, für die Situation überhaupt ausgebeutet zu sein. Das ist meine große Erfahrung auch aus Gesprächen. Die meisten, mit denen wir sprechen, sind der Meinung, sie sind selber dran schuld an ihrer Situation. Ganz viele erzählen, erzählen, ja, ich habe meine Ausbildung abgebrochen oder ich war da und da nicht fleißig genug oder ich war da nicht ehrgeizig genug und man möchte dann immer wieder widersprechen und möchte sagen, aber nein, das ist das System, das ist die Struktur, in die du reingekommen bist. Und also da hat der Neoliberalismus leider wirklich seine Spuren hinterlassen, 40 Jahre lang den Leuten einzureden, dass sie an ihrem Schicksal selber dran schuld sind und dass es sich auch nicht lohnt, Strukturen zu verändern und alle Menschen, die prekär leben und beschäftigt sind und nicht organisiert sind in Gewerkschaften, nicht alle, aber sehr, sehr viele, haben gar nicht das Bewusstsein, dass sie zu einer möglichen Klasse überhaupt angehören. Und dieses Bewusstsein zu schärfen, das überhaupt erstmal in die Köpfe reinzubringen, den Menschen klarzumachen, dass sie einig zusammengehören und dass sie auch zusammen kämpfen könnten, finde ich den ganz, ganz wichtigen Schritt, der zum Beispiel dann eben mit sowas wie Haustürbesuchen, was ihr da in Stuttgart gemacht habt oder was Senders auch gemacht hat, erstmal möglich ist. Und es geht eigentlich nur in dem mühsamen 1 zu 1. 1 zu 1 mit den Menschen reden, sie an bestimmten Punkten in kleineren Gruppen zusammenführen und diese kleineren Gruppen dann über eine intensive Arbeit langsam dann zu einer größeren Bewegung anwachsen zu lassen. Es fängt halt jetzt ganz unten an und es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich möchte jetzt nicht das letzte Wort haben, ich möchte es nur noch bestärken und ein bisschen auf das Buch verweisen noch, ohne jetzt blöde Werbung zu machen. Genau dafür braucht man natürlich politische Projekte, die genau das herstellen. Also die sowohl in der Arbeit liegen wie außerhalb. und da werden eben klare Vorschläge gemacht zur Regulierung von Arbeit, neues Normalarbeitsverhältnis, aber auch die Reproduktionsseite, wie man das verbindet und in einen transformatorischen Prozess bringt, der auch über die Systemmechanismen hier hinausgeht. Und ich glaube, an denen müssen wir bewusst arbeiten, ob das dann genau die sind, die da beschrieben sind. Darüber sollte man wirklich diskutieren. Das werden auch die nächsten Jahre zeigen. Aber das sind alles Elemente, wo heute schon Auseinandersetzungen stattfinden. Man kann ja nicht im luftleeren Raum agieren, sondern man muss anknüpfen an das, wo sich Menschen schon bewegen. Und dass sich Menschen bewegen, hängt nicht nur von uns ab, sondern die bewegen sich auch ohne uns, Gott sei Dank. Sondern wir müssen da gucken und wir müssen eben gucken, wie wir die verschiedenen Kräfte und die verschiedenen Kämpfe und die verschiedenen Ansätze verbinden. Und wie wir die auch in ein politisches Projekt bringen, ohne dass das so eine enge Vorgabe ist. der oder dass das so eine autoritäre Züge annimmt, sondern dass das tatsächlich die Chance eröffnet, über den Rahmen dieses Systems hinauszudenken und auch zu handeln. Dann schiebe ich einfach den Werbeblock hinterher. Du hast es selber schon gemacht. Da hinten liegt das Buch von Bernd. Ich glaube, heute kostet es 11 Euro. Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Ich glaube, ich habe schon eine Wette aufgeschlossen, wenn wir nachdrucken müssen, was kriege ich eine kalte. Also wenn ihr wollt, dass ich eine Kiste guten Wein kriege, muss das gut kaufen werden, muss eine zweite Auflage gemacht werden. Ich glaube, ich angekommen. Und heute Abend ist die zweite Inszenierung nochmal. Aufführung um 20.15 Uhr ist Einlass und 20.30 Uhr geht es los. Im Hof. Draußen im Hof. Draußen im Hof, hier direkt vor Ort. Danke für eure Fragen. Wir sehen uns draußen im Hof bei Zigarette und Kaffee oder was auch immer. Applaus Sehr schön, dass du das gemacht hast. Danke. Dann will ich der erste Dann pfeifen. Da sind nichts verloren. Dann pfeifen. Dann pfeifen. Na daloner we Tekla Vatic Verse zuschlappeschkam. Master, der ist ein Loser Summit, der ist eigen ist gesund. Schlapp تع� dich PET auszudischen Szene produire hat. Vielen Dank.